Wir haben heute Abend Herrn Schädler zu Gast zu einem zweiten Vortrag über Propaganda heute und damals, Olympische Spiele in China. Herr Schädler kommt von der Gesellschaft für bedrohte Völker aus Göttingen, ist dort Referent für Menschenrechtsfragen. Frau Hennig, die das Gespräch mit ihm führen wird, wird sicherlich noch ein, zwei Sätze zu ihm sagen. Aufgebaut wird es heute so sein, dass Herr Schädler ungefähr 30 bis 40 Minuten einen Impulsvortrag geben wird. Danach wird es ein Gespräch von 15 bis 20 Minuten zwischen Frau Hennig und Herrn Schädler geben und dann öffnen wir die Runde auch zu Ihnen hin, selbstverständlich. Ich freue mich auf den heutigen Abend, freue mich auch, dass ich Herrn Markus Müller mal jetzt auch ein Bild vor mir sehe, nach unseren ganzen Cliffnahten und übergebe kurz an ihn, da er unser Kooperationspartner bei der Friedrich-Naumann-Stiftung ist. Und von mir, wie gesagt, einen schönen, spannenden Abend. Vielen Dank, Herr Breuer. Danke für die netten Worte und auch von mir wunderschönen guten Abend. Nachdem wir in der letzten Woche schon den tollen Vortrag durch Herrn Markus Scholz gehört haben, freue ich mich, dass Sie wieder alle eingeschalten haben und den Worten von Herrn Nuschetta lauschen. Für mich war es in der letzten Woche ganz besonders beeindruckend, nicht nur der Vortrag, sondern auch wie intensiv die Gäste im dritten Teil, wo es um die Fragen und Antworten ging, mitdiskutiert haben. Ich hoffe, dass wir das heute wieder genauso hinbekommen. Und ich wünsche uns einen schönen Abend und übergebe an Alisa Hennig. Ja, Dankeschön, Herr Müller und Herr Breuer. Meine wichtigen Sponsoren für diese Veranstaltung, muss ich nochmal betonen, ohne deren Hilfe wäre das so nicht möglich gewesen. Und natürlich auch ohne meinen Referenten von heute, Hanno Schäler, wäre das auch nicht möglich gewesen. Zumindest würden wir dann zu diesem Thema heute eben einen Vergleich der Propaganda damals 2008 nach zu den Olympischen Sommerspielen in Peking und eben jetzt heute zu den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 sonst nichts hören. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, nochmal kurz ein herzliches Willkommen. Ich bin auch sehr happy darüber, dass ich doch ein paar Studierende vom IHI Zittau heute hier sehe und auch Freunde. Nochmal so ein bisschen so ein Recap, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Für die Leute, die nicht anwesend waren, das ist mir leid. Kleinen Moment. Irgendwie geht hier mein historisches Video immer noch nicht raus. Auf jeden Fall, letzte Woche war es ja eher eine wirtschaftsethische Perspektive, die wir darauf hatten. Markus Scholz, mein Kollege aus Wien, aus der Wirtschaftsethik, hat quasi die Rolle der Sponsoren und allgemein das Thema Olympia-Propaganda aus einer allgemeinen Perspektive beleuchtet. Und dann ist er eben auf die Verantwortung der Sponsoren gekommen, was man diesbezüglich machen kann. Und da sind doch eigentlich zwei Sachen zum Tragen gekommen. Das eine ist, ja, zur Rolle der Sponsoren gibt es ja aus wirtschaftsethischer Perspektive mehrere Möglichkeiten, wie Unternehmen dort agieren können. Und das, was rausgekommen ist und was wahrscheinlich auch für das normale Publikum eher bislang unbekannt war, ist dieses Konzept von Silent Complicity. Also das Motto, wenn jetzt jemand nicht drüber spricht, dann ist es keine neutrale Position, sondern es ist eigentlich eine Art von moralischer, ethischer Komplizenschaft. Natürlich nicht rechtliche Komplizenschaft, die lässt sich so nicht feststellen. Aber im Grunde genommen machen sich diese Unternehmen ethisch schuldig. Hier ist noch irgendwo ein Mikrofon, glaube ich, an. Und das ist eben einfach wichtig zu verstehen, dass, ja, sich ruhig zu verhalten hier eigentlich keine Option ist. Und das Zweite, was, glaube ich, auch rauskam, ist, dass das Thema eigentlich so komplex ist, dass man, also wenn es jetzt darum geht, was man Sponsoren raten könnte, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zurück, ist da auch einfach keine einfache, also da gibt es keine Standardantwort sozusagen. Da gibt es auch keine sogenannte Best Practice. Da muss man quasi immer so im Einzelfall gucken und vielleicht nehmen wir das nachher nochmal im Dialog kurz auseinander. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich über Hannos Vortrag, Peking 2008 und heute. Hanno leitet das Referat für Menschenrechte, korrigiere mich, wenn es falsch ist, bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und ja, ich freue mich sehr über seinen Vortrag, weil das ein weiterer wichtiger Baustein dieser Veranstaltung ist. So, Hanno, Stage is yours. Danke schön. Ja, super. Danke, dass ihr und sie mir die Gelegenheit gibt und geben, heute ein bisschen was zu erzählen über, wie sich so die Rhetorik entwickelt hat vor 2008, 2008, aber auch seit 2008. Und zwar nicht nur auf Seite der chinesischen Regierung, sondern auch auf Seiten unter anderem des Internationalen Olympischen Komitees, dass dessen Rolle leicht unterschätzt wird, beziehungsweise es sei denn, es geht um Thomas Bach, den aktuellen Präsidenten, relativ selten thematisiert wird oder jedenfalls zu selten noch. Ich teile mal eben meinen Bildschirm. Das ist schon meine größte technische Herausforderung für den heutigen Tag. Moment. Und was ihr da seht, ist, wenn ich euch, auf der einen Seite diese glänzenden Spiele, diese großartige Gelegenheit, das eigene Land in Glanz und Gloria erscheinen zu lassen, zu zeigen, wie toll man sich entwickelt hat. Und auf der anderen Seite eben die Menschen, die im selben Moment, auch im selben Moment, in dem die Spiele stattfinden, eben sehr stark leiden. Es wurde ja gesagt, Björn Alpermann wird noch dezidiert und ausführlicher als ich über die Lage in Xinjiang, das die Uyghur in Ostturgistan nennen, sprechen. Tenzin Zürichbauer, die ich euch auch sehr ans Herz legen möchte und ihren Vortrag nächste Woche über Tibet, wird auch über die Lage in Tibet sprechen. Ich werde diese Bereiche auch ansprechen, weil sie auch sozusagen zum Gesamtbild auch damals dazugehören. Aber mich vor allen Dingen auf das Internationale Olympische Komitee und die chinesische Regierung konzentrieren. Aber anfangen möchte ich mit diesem Mann. Vielleicht kennt ihr ihn. Sein Name ist Avery Brandich. Er war lange IOC-Präsident. Unter anderem 1972, als palästinensische Terroristen die Olympischen Spiele von München erschütterten durch ihren Anschlag auf die israelische Mannschaft. Und dieser Mann hat eine lange Geschichte. In der Leichtathletik, zu Beginn des Jahrhunderts tatsächlich, hat er auch bei den Olympischen Spielen mitgemacht. Er ist dann 1936, war er der Leiter der amerikanischen Delegation in Berlin. Und auch in diesen Tagen gibt es ja immer wieder Diskussionen darüber, inwieweit sind die Spiele von Peking mit den Spielen von Berlin vergleichbar. Und ich finde, man sollte sie auf gar keinen Fall gleichsetzen, genauso wie man die Menschenrechtslage in China und damals nicht gleichsetzen soll. Aber man kann sie schon vergleichen und Parallelen sehen. Und dieser Mensch hat sich 1936 sehr dafür eingesetzt, dass es keinen Boykott seitens der amerikanischen Mannschaft der Olympischen Spiele gibt. Wie ihr seht, schon damals gab es Diskussionen über Boykotte. Die gibt es auch heute noch. Das Internationale Olympische Komitee verhält sich da relativ konsistent insofern, als dass es Boykotte eigentlich weitgehend ablehnt und darauf verweist, genauso wie die chinesische Regierung, Sport und Politik muss getrennt werden. Man solle doch bitte schön nicht politisieren. Bestimmte Begriffe und Termini, die auch die chinesische Regierung gebetsmühlenartig wiederholt, kommen auch wieder vom Olympischen Komitee und man weiß manchmal gar nicht, wer der Urheber der jeweiligen Wortschöpfung war. Also dieser Mensch, ein Antisemit, ein Rassist, er hat zum Beispiel 1968 dafür gesorgt, dass die beiden amerikanischen Sprinter, Tommy Smith und John Carlos, die auf der ikonischen, bei der Verleihung der Medaillen für den 200-Meter-Lauf war es, glaube ich, die Fäuste, die in die Luft gereckt haben. Er hat dafür gesorgt, dass die nach Hause geschickt wurden und hat ihnen quasi Politisierung dieser Spiele vorgeworfen und Blamierung der mexikanischen Gastgeber. Dieselben mexikanischen Gastgeber, die ein paar Wochen davor einen Massaker in der Zivilbevölkerung angerichtet hatten. Die Frage, welche Staaten oder was für Staaten sind es, die Olympische Spiele ausrichten und sollten es sein, gibt es seit vielen Jahrzehnten. Und das IOC tut gerne, also das Internationale Olympische Komitee, tut gerne so, wie gesagt, man muss es trennen, die Spiele seien eine Gelegenheit für Solidarität und Harmonie. Aber wenn man sich dann den Kontext der jeweiligen Spiele anguckt, gibt es ganz viele olympischen Spiele, bei denen es Boykott-Diskussionen gab, zum Beispiel auch 1956, als nach dem Ungarn aufstand europäische Staaten teilweise die Spiele boykottiert haben aus Protest gegen das Verhalten der ODSSR. Oder auch die Frage China und Taiwan, also sowohl China als, also die Volksrepublik China, als auch die Republik Taiwan oder Republik China, die wir landläufig Taiwan nennen, haben sich gegenseitig mal boykottiert in den 50er, 60er und 70er Jahren, weil der oder das andere Land beziehungsweise das, was man als illegitimen Anspruchheber oder Anspruchnehmer für die Staatlichkeit, die eigene Staatlichkeit angesehen hat, eben boykottiert hat. Also eine lange Geschichte der Proteste, eine lange Geschichte des Widerstandes, auch aus Teilen der Zivilgesellschaft, auch gegen die Spiele. Und wie gesagt, einige Dinge, die es heute noch gibt, die gab es schon 1936, der olympische Fackellauf, der auch dieses Jahr wieder vollzogen wurde, der auch von tibetischen AktivistInnen gestört wurde, zu Recht. Das ist eine Erfindung der Nationalsozialisten. Und es ist immer gut, zumindest zu wissen, wo eine Tradition, von der man vielleicht annimmt, sie sei seit Beginn der olympischen modernen Spiele, 1896 bereits existent. Nein, das ist häufig eine Inszenierung. Und gerade Diktaturen sind sehr stark darin, zu inszenieren. Wen sehen wir hier? Wir sehen einen weiteren IOC-Präsidenten, nämlich Juan Antonio Samaranch. Es ist der Dritte von links und man erkennt ihn daran, dass er wie die anderen, dass er im Gegensatz zu seinem Nachbarn auf der linken Seite den Arm zum faschistischen Gruß hebt. Das ist aus dem Jahr 1974. Er war Sportminister unter Franco und hat sich nie vom Faschismus distanziert, was aber kein Problem war für das internationale olympische Komitee, dem er über 20 Jahre vorgesessen hat. Er war ganz wichtig darin und instrumental für die chinesische Regierung, diese Spiele 2001 endlich für 2008, für die Sommerspiele, nach China zu holen. Sein Sohn spielt immer noch eine sehr wichtige im heutigen internationalen olympischen Komitee und sein Sohn leitet auch die Samaran-Stiftung, die in China sehr aktiv ist. Als es 2018 immer mehr Berichte über massive Menschenrechtsverletzungen und Internierungen von UigurInnen und KasachInnen und KligisInnen gab, da hat die Samaran-Stiftung ein Benefiz-Fußballturnier in der Region Xinjiang, kann man auch Osttukistan nennen, so wie die UigurInnen und KasachInnen das machen, organisiert, weil China und die Samaran-Stiftung und die Familie Samaran sind sehr, sehr gute Freunde. Und das sind Kontinuitäten, die bis heute halten. Also einer der olympischen Ausrüster, das Name mir gerade entfallen ist, eine chinesische Firma bezieht ihre Baumwolle aus der Region Xinjiang, obwohl bekannt ist, dass dort schwere und schwerste Menschenrechtsverletzungen verübt werden. Und was so ein Land wie die Volksgruppe China braucht als Diktatur, aber natürlich wie viele andere Länder auch, sind Freunde aus dem Ausland und die Familie Samaranj, wie gesagt, eine Familie mit faschistischen Wurzeln, kommt da sehr gelegen. Waren die Spiele immer unpolitisch? Natürlich waren sie es nicht. Und es gab auch eine Zeit, wo das internationale olympische Komitee anerkennen musste, dass man aufgrund einer der innenpolitischen Lage eines Landes dieses Land nicht zu den olympischen Spielen zulassen konnte. Und das war zwischen 1964 und 1988 im Falle von Südafrika so. Auf Druck von den gerade dekolonisierten jungen afrikanischen Staaten hat das internationale olympische Komitee es nicht zugelassen, dass Südafrika von den Spielen an den Spielen teilnehmen durfte. Natürlich auch gegen den Widerstand des damaligen schon erwähnten IOC-Präsidenten Branditsch, aber die Rechnung war, die Kalkulation war dann so, wenn so viele Staaten drohen, diesen Spielen fern zu bleiben, okay, dann lassen wir halt Südafrika außen vor. Und Südafrika durfte erst nach der Transformation oder nach der, wenn man so will, Wende, nach der Freilassung Nelson Mandelas und dem Ende der offiziellen Apartheid-Politik 1992 wieder an den olympischen Spielen teilnehmen. Aber wie gesagt, ist mir wichtig, das zu zeigen. Ihr fragt euch vielleicht, warum wird so, warum wird hier über die ferne Vergangenheit gesprochen? Debatten um Politik und Sport und was ist politisch und was darf politisch sein und was muss thematisiert werden, hat es immer gegeben. Jetzt kommen wir schon ins 21. Jahrhundert. Der damalige IOC-Präsident Jacques Rogge sagte, 2001 wurde entschieden, welches Land bekommt die olympischen Sommerspiele 2008. In Bezug auf die Menschenrechtslage in China, Zitat, die Austragung der Spiele werden viel für die Verbesserung der Menschenrechte und der sozialen Beziehungen in China tun. Also es gab Zeiten oder es gibt immer wieder Zeiten, wo das IOC sich durchaus politisch prognostizierend positioniert hat. Und auch Thomas Bach, er war damals DOSB-Präsident, also Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hat auch in den Jahren vor den olympischen Spielen 2008 gesagt, letztendlich ist es eine gute Sache, wir sind natürlich keine Weltregierung, aber diese Spiele, die werden dafür sorgen, dass sich die Menschenrechtslage in China verbessert. Was im Umkehrschluss eben auch heißt, 2001 gab es bereits intensive Diskussionen, ob man diese Spiele nach China vergeben sollte. Es gab auch 2008 schon eine Bewegung, die gesagt hat, wir dürfen keine Genozid-Spiele nach China vergeben. Damals, das war angeführt von der amerikanischen Filmschauspielerin und Aktivistin Mia Farrow, ging es vor allen Dingen um Chinas Verhalten in Sachen Darfur, also der Völkermord im Westen oder im Nordwesten des Sudan und Chinas Unterstützung für das verbrecherische Regime von Oma Hassan Al-Bajir, Oma Hassan Al-Bajir, der dann später des Völkermordes in Darfur angeklagt wurde. Also Hoffnung, 2001, da geht was, wir können hier einen Beitrag dazu leisten, dass sich etwas verbessert und der Vizebürgermeister von Peking hat in dem oder Beijing hat in dem Kontext auch gesagt, 2001, die Spiele werden natürlich auch dazu genutzt und die werden uns helfen, die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in China zu verbessern. Also wenn man heute aus China hört, Spiele bitte nicht politisieren, auch nach der Vergabe 2015 für die jetzt bald beginnenden Spiele 2022, eine andere Rhetorik damals. Ich kann mich noch erinnern, ich war im Sinologiestudium 2001, ich habe in Trier studiert, das Thema Menschenrechte wurde nicht groß thematisiert im Sinologiestudium, aber das mag bei euch anders sein oder ist hoffentlich bei euch anders, wenn ihr dann Sinologiestudiert, da war der ein Botschafter, ich glaube es war der chinesische Botschafter in Luxemburg da und der wurde gehandelt als neuer Botschafter Chinas in Deutschland beziehungsweise der Volkrigsrepublik China und der war so sympathisch, er hat gesagt, wir sind ein Entwicklungsland, wir brauchen Zeit, wir wollen besser werden, wir wollen von euch lernen und wir jungen, naiven, wenn ich das im Nachhinein so sagen darf, Sinologiestudenten und Studentinnen dachten, oh, das ist so sympathisch, toll, super, aber das ist die chinesische Regierung, genauso wenig wie ihre Repräsentanten in der ganzen Welt, nicht wirklich ernst gemeint hat, mit einer Verbesserung der Menschenrechtslage in China, das hat sich dann natürlich in den Jahren darauf und vor allen Dingen auch 2008 gezeigt. Aber jetzt nochmal ein Zitat von Thomas Bach aus dem August, die Spiele werden zu einer Öffnung beitragen und damit den Menschenrechten dienen. Eine Aussage dieser Art würde er heute nicht mehr machen. Er hat sehr gute PR-Berater, er ist so glitschig in Interviews, wenn ihr mal Interviews mit ihm anschaut, man fragt ihn etwas, wie halten sie es mit der Menschenrechtslage der Uiguren, wissen sie, dass da Lager sind und so und dann wird er irgendwas labern und die Zeit totreden, er wird auf JournalistInnen Fragen nicht wirklich eingehen und jährige Amtszeit, er ist seit 2013 IOC-Präsident und es geht ihm aus unserer Sicht vor allen Dingen darüber, die Kohle durch Fernsehen, die Vergabe von Fernsehlizenzen zu verdienen und große Sponsoren an Land zu ziehen und die Menschenrechtslage ist ihm, wenn ich das so sagen darf, Entschuldigung, scheißegal, es interessiert ihn nicht und wenn es ihn interessiert, dann kann er nachts nicht schlafen, aber davon kriegt man nichts mit, er macht einen sehr mit sich selbst zufriedenen Eindruck, aber immerhin 2008 diese Aussage. Ja und was war dann während der Spiele? Die Olympischen Sommerspiele damals auch von Medien auch kritisch begleitet, auch in der Vorberichterstattung, es hatte ja im März Proteste in Tibet, Tensin, Zürichbauer wird euch nächste Woche noch mehr darüber geben, 2008 hat es Proteste gegeben, in Tibet natürlich der Dalai Lama, der seit 1959 im indischen Exil lebte, wurde schon damals verteufelt, genauso wie heute und ich habe hier ein Foto auf der rechts seht ihr zwei ältere Chinesinnen, die eine 77, die eine 79 und die haben etwas beantragt, was einige andere auch beantragt haben, insgesamt 77, nämlich die chinesische Regierung hat gesagt, natürlich, wir sind ja eine super Regierung und wir lassen hier eine relative Meinungsfreiheit zu, das heißt, es gibt nicht nur eine offene Berichterstattung vor JournalistInnen, sondern die Menschen können in sogenannten Protestzonen protestieren. 77 Leute haben einen Antrag gestellt zu protestieren, diese beiden älteren Chinesinnen wollten dagegen protestieren, dass sie im Zuge des Umbaus von Peking für die Olympischen Spiele aus ihren Häusern vertrieben wurden und diese 77 und 79 jährigen Chinesinnen, was haben die bekommen? Die haben nicht die Möglichkeit bekommen, in diesen Protestzonen ihre Anliegen vorzutragen, so wie eigentlich angekündigt von der Regierung, sondern die haben ein Jahr Lagerhaft bekommen, Erziehung durch Arbeit, nannte das, chinesische Regierung. Wie gesagt, 77 Menschen, die stellvertretend für die Hunderte oder Tausende stehen, die es gar nicht erst bis nach Peking geschafft haben, zu der Zeit, weil sie gar nicht erst in die Stadt reingelassen wurden, weil sie Besuch bekommen haben, wie viele Menschenrechtler von der Staatssicherheit, es gibt einen anderen bekannten chinesischen Aktivisten, der hat im April 2008 eine dreieinhalbjährige Haftstrafe bekommen. Die chinesische Regierung hat sich natürlich auch jahrelang auf diese Spiele vorbereitet und Eventualitäten und sie wusste auf der einen Seite, wir haben diese Zusage gemacht, die internationalen Medien dürfen frei berichten, was sie dann letztendlich doch nicht wirklich frei tun konnten. Es gab auch viele Übergriffe wie Reporter und Grenzen damals berichtete auf ausländische JournalistInnen. Chinesische JournalistInnen haben zwei Jahre vor Beginn der Eröffnungsfeier die Order bekommen, über was sie berichten dürfen und was nicht. Das war alles sehr gut vorbereitet. Aber natürlich, das war eine andere Zeit. Die Welt hat sehr interessiert darauf, wie sich China entwickelt hat und wie sich China so präsentiert bei den Spielen 2008 gezeigt. Auf der einen Seite, wie schon gesagt, kritische Berichterstattung, viele Hintergrundberichte über TibeterInnen und UigurInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen. Aber was für mich zählt, und das werden auch die kommenden Wochen zeigen, oder da werde ich auch genau hinschauen, wie viele andere, was passiert denn, wenn die ganzen kritischen Dokumentationen, die vor den Spielen gezeigt werden, was ist, wenn die Spiele dann losgegangen sind? Wie ist dann die Berichterstattung? Da bin ich sehr gespannt, wie unsere öffentlich-rechtlichen das machen werden, wenn sie zwölf oder 16 Stunden von den olympischen Winterspielen berichten, ob da noch Platz ist für das Thema Menschenrecht. Also nicht nur unsere Politiker und Sponsoren und natürlich auch das internationale olympische Komitee haben eine große Verantwortung, sondern auch unsere Medien. Und deren Arbeit ist natürlich in letzten Jahren in China immer schwieriger geworden. Das ist ein weiterer Petitionär, Jiese Zungen. Er wurde damals zu einer Haftstrafe verurteilt. Ich glaube, es waren drei Jahre, daraufhin war er immer wieder in Haft. Dieses Jahr ist, glaube ich, dieses Fotos aus dem Jahr 2019. Kurz darauf ist er an einer unbehandelten Krebserkrankung gestorben. Eine der Strategien oder der Taktiken der Bekämpfung von Menschenrechts Aktivistinnen in China ist eben auch, dass man, wenn sie medizinische Probleme haben, ihnen nur bedingt hilft, sodass sie dann auch in Haft sterben oder wie im Fall von Liu Xiaobo, dem Nobelpreisträger, dann vielleicht aus der engen Haft rausgelassen werden, aber zumindest das Land nicht verlassen würden. Wenn ich da einen aktuellen Fall berichten darf, es gibt einen chinesischen Menschenrechtler, der wollte seine todkranke Frauen in den USA besuchen, er war in den letzten Jahren auch immer wieder verschwunden und statt, dass die chinesische Regierung ihn zu seiner Frau in die USA hat fahren lassen, damit sie sich noch einmal sehen können, hat sie ihn verschwinden lassen. Dieses Verschwinden lassen ist ein Phänomen, über das immer wieder mal berichtet wird, irgendwie, das aber aus meiner Sicht noch stark unterrepräsentiert ist, auch in der Berichterstattung von ausländischen Medien. Das hat die chinesische Regierung während der Olympischen Sommerspiele 2008 gemacht. Keine freie Berichterstattung, Einschüchterung von MenschenrechtsaktivistInnen, Niederschlagung, blutige Niederschlagung von Unruh und Tibet. Aus der Region durften dann JournalistInnen auch nicht mehr frei berichten. Die Spiele haben nicht zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage geführt. Jedenfalls nicht, wenn man Menschenrechte auch so definiert, dass eben auch politische, bürgerliche Rechte, also das Recht, seine Meinung zu sagen, sich zu versammeln, wenn man das darunter definiert, wie es eigentlich allgemeiner Standard ist, aber wie wir wissen, da komme ich später noch drauf, die chinesische Regierung hat ein großes Interesse daran, dass diese Definition der Menschenrechte international sich ändert und nach ihrem Gusto verändert wird. Bevor ich dieses Zitat von Thomas Bach aus dem Jahr 2018 vorlese, der damalige IOC-Präsident Rogge, der statt dann die chinesische Politik gegenüber 77- und 79-Jährigen Chinesen, die zu lagerhaft verurteilt werden, zu kritisieren hatte, hat gesagt, es waren tolle Spiele. Das IOC hat das Verhalten der chinesischen Regierung nicht kritisiert, genauso wenig wie die Sponsoren. Es gab, und wer soll dann noch protestieren? Wer hat dann noch die Möglichkeit zu protestieren? Einzelne JournalistInnen natürlich, AthletInnen, da kommen wir auch dann vielleicht später noch drauf, was können die heute tun? Die haben auch eine schwierige Position. Aber jetzt springen wir mal zehn Jahre weiter. Ein weiteres Zitat von Thomas Bach aus dem Jahr 2018. Wir sind keine Weltregierung, die dafür Sorge tragen kann, dass ein souveränes Land Gesetze bestimmt oder bestimmte Standards einhält. Das ist natürlich faktisch richtig, aber als die Organisation, die darüber entscheidet, wo die Spiele stattfinden, könnte man ja trotzdem sagen, wir lassen die Spiele hier stattfinden, aber wir möchten trotzdem monieren, dass Frauen zwangsterilisiert werden oder Menschen in Lager kommen. Man könnte einfach sagen, ich bin gegen Lager, mein Name ist Thomas Bach. Thomas Bach hat das Wort UigurInnen, Uigur und TibeterInnen, das nimmt er nicht in den Mund. Und das ist halt eine Schande. Jahr 2015, drei Jahre vorher, es ging darum, bekommt China ein weiteres Mal innerhalb von kurzer Zeit die Spiele, ist Beijing die erste Stadt in der olympischen Geschichte, die sowohl Sommer- als auch Winterspiele austrägt. Und Jahr 2015, Beijing setzte sich 44 zu 40 bei einer IOC-Abstimmung gegen Almaty in Kasachstan, heute natürlich auch schwer krisengeschüttelt durch. Es gab demokratische Staaten, die auch überlegt haben, ob sie teilnehmen. Einer der letzten und chancenreichsten Bewerber war Oslo, aber die Bevölkerung und dann auch die Politik haben gesagt, nee, wir wollen diese Spiele nicht. Es hat vielleicht auch nicht geholfen, dass das IOC eine norwegische Sportlerin bei den olympischen Winterspielen in Sotschi, war es glaube ich, 2014, abgestraft hat, weil sie einen Trauerflor, einen schwarzen Trauerflor trug für die Schwester, glaube ich, einer, die gestorbene Schwester einer, einer Kollegin von ihr. Das hat das internationale olympische Komitee als politische Stellungnahme gewertet. Also die Sympathie für das IOC ist, soweit man es, soweit wir wissen, natürlich in demokratisch verfassten Staaten relativ niedrig und das ist eben auch einer der Gründe, warum manchmal dann nur noch Diktaturen übrig bleiben, die unbedingt die Spiele austragen wollen und bereit sind, viel Geld dafür auszugeben. Die aktuelle Zahl bei China weiß ich nicht, bei Russland waren es glaube ich 50 Milliarden Dollar hat das Ganze gekostet, 2014 die olympischen Winterspiele in Sochi auszutragen, einem Kurort, wo es keinen Schnee gibt und wo natürlich auch, auch im Zuge der Spiele viele Rechte verurteilt, viele Menschenrechte missachtet wurden und ein paar Tage nach der Abschlusszeremonie die Krim besetzt wurde, die dann später annektiert wurde. Auch da keine Kritik von Thomas Bach, er hat ein sehr gutes Verhältnis zu Wladimir Putin. Genauso wie zu Xi Jinping, dem er 2013, kurz nachdem er Präsident geworden ist, den olympischen Orden verliehen hat. Das sind alles, die kennen sich gut, die mögen sich, die ticken vielleicht ähnlich. Ich will nicht sagen, dass Thomas Bach Faschist ist, aber er hat auf jeden Fall kein Problem zu handeln wie jemand, dem die Menschenrechte von anderen, die nicht so mächtig und so reich sind, wirklich richtig egal sind. Und das ist halt eine Schande, wenn so jemand weiterhin Präsident des international-olympischen Komitee ist. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht nur die Verantwortung des international-olympischen Komitees, sondern auch von ausländischen PolitikerInnen, ausländischen Medien und natürlich die Sponsoren. Da gab es ja letzte Woche schon was und Tensen Zürchbauer wird bestimmt auch die Rolle des Münchner Allianz-Konzerns und die Proteste, die sie mit ihrer Organisation Tibet-Initiative in den letzten Monaten gefahren hat, als sie Allianz darum gebeten haben, sich doch zu positionieren, berichten. Ja, und plötzlich sagt der Menschenleben haben Vorrang, vor allem auch vor der Durchführung der Spiele. Ist jetzt alles gut geworden? Nein, März 2020, Beginn der Covid-19-Pandemie, Thomas Bach muss begründen, warum die Spiele in Tokio, die Sommerspiele, ein Jahr verlegt werden. Aber dieses Zitat ist bei mir hängen geblieben irgendwie, weil ich es eigentlich ziemlich gut finde. Und man es eben auch auf andere Kontexte als die Corona-Pandemie ummünzen kann, nämlich zum Beispiel darauf, dass ein Land keine Spiele austragen sollte, in dem es Lager gibt, in dem Menschen massenhaft inhaftiert sind oder in dem Mönche und tibetische Nonnen gefoltert werden. Ja, wie hat sich denn die Situation der Menschenrechte seit 2008 verändert? Xi Jinping ist 2012 an die Macht nachgekommen. Schon vorher hat es eine Verschlechterung der Menschenrechtslage gegeben, noch unter dem damaligen Staats- und Parteichef Hu Jintao, der 2012 dann abgetreten ist. Hier seht ihr Liu Xiaobo und seine Frau Liu Xia. Liu Xiaobo, der Verfasser oder einer der Verfasser der Charta 08, die Ende des Jahres 2008 in China veröffentlicht wurde und natürlich auch weltweit groß Aufsehen erregt hat. Mehr Pluralismus, mehr Demokratie, mehr Rechtsstaatlichkeit. Und keine Überraschung, die chinesische Regierung hat ihn weggesperrt 2009 zu lebenslanger Haft, nee, Entschuldigung, zu, ich glaube, es waren zwölf Jahre Haftstrafe verurteilt und 2010 hat er den Friedensnobelpreis bekommen, eine sehr gute Geste, finde ich, des Nobelpreiskomitees und die hatten dann neben dem Vorsitzenden des Nobelpreiskomitees einen leeren Stuhl und Liu Xiaobo, und jetzt muss ich doch nochmal wieder eine Parallele zur deutschen Geschichte ziehen, er war der erste Nobelpreisträger seit Karl von Osjetzky in den 1930er-Jahren, Karl von Osjetzky damals in einem Konzentrationslager, der seinen Friedensnobelpreis nicht persönlich entgegennehmen durfte. Und jetzt nochmal ein genereller Punkt, ich sage nicht, dass China, die Volksrepublik China, wie das Nazireich ist. Ich sage nicht, dass was mit den UigurInnen in diesem Moment passiert, dasselbe ist wie der Holocaust, wie die Boah, das sind zwei verschiedene Dinge, die man auseinanderhalten muss. Aber was festzustellen ist, in diesem Moment begeht aus meiner Sicht die chinesische Regierung trotzdem einen Völkermord an einer Gruppe, die sie als reduzierenswert, ein ganz schlimmes Wort in dem Kontext ansieht, nämlich die Uiguren. Also die Lage von MenschenrechtlerInnen wie Liu Xiaobo hat sich verschlechtert, die Lage von MenschenrechtsanwältInnen hat sich verschlechtert, 2015 wurden 300 von ihnen innerhalb von ihren Tagen festgenommen, deren Profession ist de facto kriminalisiert. Die Situation in Tibet hat sich verschlechtert, die Überwachung hat zugenommen in ganzen Landesteilen. Xi Jinping, soweit man ihn denn entziffern kann, und das haben natürlich auch schon viele WissenschaftlerInnen und AutorInnen versucht, ihm wird nachgesagt, er habe, nachdem er 2012 diesen Posten des Parteichefs übernommen habe, darauf gedrängt, uns darf nicht das passieren, was der Sowjetunion passiert ist. Liberalisierung bedeutet Untergang. Und dann hat er, so sagt man, Dokumentarfilme, also in Anführungsstrichen produzieren lassen, die dann Parteikadern gezeigt wurden über den Untergang der Sowjetunion. Und für ihn hieß es eben auch, wir dürfen dir die Zügel nicht aus der Hand geben, wir dürfen keine Liberalisierung im Bereich der Menschenrechte, der politischen Partizipation zulassen. Und das haben Millionen Menschen in China zu spüren bekommen. Und wenn ich jetzt noch etwas weitergehe, das, was diesen Menschen 2013, 2014 passiert ist, ebenfalls stellvertretend für das, was später noch schlimmer werden sollte. Vielleicht kennen ihn einige von euch, das ist Ilham Tohti. Das ist jemand, ein Wirtschaftsprofessor, der viele Freunde auch unter anderen Ethnien, also auch unter der Han-Mehrheit hat. Ein Uigure, der in Peking Wirtschaft gelehrt hat, der sich kritisch mit der Politik der chinesischen Regierung in Xinjiang, Osttürkistan befasst hat und gesagt hat, okay, wenn wir hier wirklich dauerhaft zusammenleben wollen, dann müssen wir aufhören, dann muss der chinesische Staat aufhören, UigurInnen schlechter zu behandeln, schlechtere Jobs erlangen zu lassen, ihnen mehr Bildungsmöglichkeiten geben. Es muss einfach mehr Teilhabe geben. Und er war kein Separatist, das ist ja auch ein sehr gern genutzter Vorwurf der chinesischen Regierung. Wenn jemand mal kritisch ist, dann ist er, wenn der Angehörige einer Minderheit, die in der Peripherie lebt, dann wird er schnell Separatist genannt oder Terrorist. Also Ilham Tohti war kein Terrorist. Er wollte auch nicht, dass sich die Region von China abspaltet. Er wollte einfach die Gründe dafür liefern oder die Analyse dafür liefern, warum es diese Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gibt. Und er hat Vorschläge gemacht, wie man das ändern kann. Er hat mehrere Internetportale aufgebaut, die einem Dialog dienen sollten. Und jetzt könnte man denken, boah, das ist ein super Typ, das ist ja eine Brücke zwischen verschiedenen Gruppen. Und was macht die chinesische Regierung? Sie verurteilt ihn im Jahr 2014 zu lebenslanger Haft wegen Separatismus. Und das wurde natürlich dann auch im Fernsehen gezeigt. Diese Zwangsgeständnisse im Fernsehen sind Taktiken, die es in China auch schon vor 50 Jahren gab. Das haben sie wahrscheinlich von der Stalin-Sowjetunion aus 1930er Jahren übernommen, diese öffentlichen Selbstbeschuldigungen und Geständnisse. Auf jeden Fall Ilham Totti, statt ihm sozusagen eine Brücke, die Brücke bauen zu lassen, hat man die Brücke abgerissen und damit auch gezeigt, so ein bisschen gezeigt, wie man in den nächsten Jahren mit den UigurInnen umgehen möchte. Als nächstes seht ihr seine, ne, ihr seht nicht seine Tochter. Seine Tochter Jawa hat 2019 den Sacharow-Preis des Europaparlaments entgegengenommen für ihn. Sie ist 2013 noch rechtzeitig nach in die USA gegangen. Er wollte eigentlich mit ihr gehen, aber ist am Flughafen festgehalten worden. Ja, und er ist in lebenslanger Haft und seit ein paar Jahren weiß man nicht, wie es ihm geht. Und was passiert, wenn einer der bekanntesten Intellektuellen einer Gemeinschaft auf diese Art und Weise behandelt wird. Ja, also im Falle der UigurInnen muss man wirklich sagen, das war sozusagen der Vorbote für noch schlimmere Dinge. Und eine Sache, Björn Alpermann, wie gesagt, der wird ja noch ausführlicher über die Lage und den Hintergrund in Xinjiang sprechen, aber ich möchte euch trotzdem eine Frau präsentieren. Das ist Kalbin Erzidik. Sie ist eine ethnische Usbekin. Es gibt ungefähr 15.000, soweit ich weiß, Usbekinnen in der Region Xinjiang aus Turkestan. Also auch dort nochmal wirklich eine kleine Minderheit. Die wurde gezwungen, als Chinesischlehrerin in einem der Lager zu arbeiten. Und ich möchte euch, wenn es für euch okay ist, einen kurzen Ausschnitt vorlesen aus dem, was sie berichtet. Wenn ich es jetzt finde. Von außen ist es als Altersheim beschriftet. In den Zellen war wie bei den Männern 50 bis 60 Insassinnen untergebracht. Auf dem Boden war circa 30 Meter breites Holz verlegt, auf dem sie schliefen. In jeder Zelle gab es einen Bereich mit einer kleinen Schutzwand, hinter der ein Eimer stand. Sie spricht über Frauenlager. Dieser wurde als WC benutzt. Weil der Eimer nur einmal am Tag geleert wurde, war der Gestank kaum auszuhalten. Im Korridor gab es eine Dusche. Die Frauen durften sie alle 15 Tage einmal für 15 Minuten nutzen. Sie bekamen Spritzen, Medikamente für die Geburtenkontrolle. Blutabnahmen wurden unter strenger Kontrolle durchgeführt. Darum habe ich dies nicht so oft gesehen. In den Frauenzellen hörte oder sah man die Folter und Vergewaltigung nicht. Jedes Stockwerk und alle Treppenhäuser waren mit Eisentüren oder Stacheldraht versperrt. Ansonsten sind die Bedingungen für Männer und Frauen in den Lagern mehr oder weniger gleich. Dieselbe Folter, dieselbe Befragung. Sie sehen keine Sonne, dürfen nicht nach draußen in die Luft. Ihre Köpfe sind kahl rasiert und alle tragen die gleiche Kleidung, welche eine individuelle Erkenntnis, Erkennungsnummer hat. Diese Frau wurde also gezwungen, in den Lagern als chinesische Lehrerin zu arbeiten. Sie hat noch rechtzeitig, bevor sie selber sozusagen als Insass ins Lager kam, die Flucht in die Niederlande, wo sie heute lebt, geschafft. Wir haben letztes Jahr mit ihr mehrere Veranstaltungen gemacht und anderen Organisationen zusammen und würden das gerne, wenn es die Corona-Zahlen zulassen, wiederholen. Denn es ist einfach beeindruckend, so eine Frau, die solche schlimmen Dinge erlebt hat, zu treffen, sich anzuhören, was sie berichtet über das, was sie erlebt hat. Und es ist natürlich auch ein Anliegen für uns, dass sie, oder es war ein Anliegen für uns, dass sie Sponsoren trifft. Und so haben wir gemeinsam mit anderen Organisationen im Oktober letzten Jahres den Münchner Allianz-Konzern angeschrieben, der auch einer der Hauptsponsoren der Olympischen Spiele ist und haben gebeten. Wir haben natürlich draußen demonstriert, wie man das so macht als Menschenrechtsorganisation. Und drinnen gab es dann ein Gespräch. Die Allianz hat aber gesagt, die Inhalte dieses Gesprächs dürfen nicht nach draußen gehen. Das ist die Bedingung. Immerhin hat die Allianz getroffen mit dieser Frau und sie hat ausführlich, so viel kann ich verraten, geschildert, was sie erlebt hat und was sie von anderen gehört hat. Und ja, es ist auf der anderen Seite leider trotzdem keine Überraschung, dass der Allianz-Konzern bis heute keine Stellungnahme zur Menschenrechtslage in China verfasst hat. Obwohl natürlich auch auf der Homepage der Allianz, wie bei allen anderen großen Sponsoren, Intel, Airbnb, die tollsten Bekenntnisse zur Wahrung und Verteidigung der Menschenrechte stehen. Also wie auch 2008, bis jetzt ist es so, dass die Sponsoren weitestgehend schweigen. Und die haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um dieses Schweigen zu brechen. Aber langfristig ist es eben wichtig, dass wir als KonsumentInnen, als in freien Gesellschaften dafür sorgen, dass diese Sponsoren Probleme bekommen, wenn sie dieses Verhalten weiter fortführen. Dasselbe Verhalten wie das von Thomas Bach. Dasselbe Verhalten auch wie einigen deutschen PolitikerInnen wie Hans-Peter Friedrich, dem ehemaligen Innenminister, der auch damit für Sport zuständig war und der in einem Interview letztes Jahr sagte, China ist keine Diktatur. Er ist Chef der China-Brücke und bemüht sich um gute Beziehungen zu China. Ich bin nicht dagegen, dass man mit der chinesischen Regierung spricht. Man muss sich ja in vielen Dingen abstimmen, aber man kann trotzdem die Menschenrechtslage ansprechen. Und so jemand wie Hans-Peter Friedrich, also auch der ehemalige Sportminister, machen das nicht. Deswegen ist unsere aktuelle Koalition umso mehr gefordert, tatsächlich mindestens, ist ja trotzdem nur eine kleine Geste, einen diplomatischen Boykott zu fordern. Und nicht wie Frau Baerbock das gemacht hat, zu sagen, meine persönliche Entscheidung, ich fahre nicht hin, aber das möchte ich nicht als politischen Boykott verstanden wissen. Das ist jetzt wirklich eine Zeit, da geschehen so ungeheuerliche Dinge, dass seit 2017 mindestens 1,5 Millionen UigurInnen, KasachInnen, KirgisInnen in diesen Lagern sind oder waren. Oder jetzt Zwangsarbeit leisten, dass Frauen massenhaft, ich will nicht zu viel vorweg greifen von Jörn Alpermann, zwangssterilisiert werden, dass die Geburtenrate drastisch zurückgegangen ist in den Uigursdominierten Gebieten der Region. Obwohl die Geburtenrate der Handchinesen deutlich besser aussieht. Also es sich um einen gezielten Versuch der chinesischen Regierung handelt, eben diese Bevölkerungsgruppe in ihrer Zahl zu reduzieren. Und zu diesen Verbrechen wird geschwiegen, seitens der Sponsoren, seitens von Thomas Bach. Das ist schon bemerkenswert in negativer Hinsicht. Deswegen protestieren wir, könnt ihr euch ja vorstellen, immer wieder am 4. Februar, wenn ihr in Berlin seid und es ist ein, werden wir wieder auf dem Pariser Platz stehen und dagegen protestieren, dass diese Spiele einfach so stattfinden und die großen ProtagonistInnen schweigen einfach dazu. Ja, einige von euch kennen ihn vielleicht. Dorkun Isar, er ist Präsident des Weltkongress der Uiguren, setzt sich seit Jahrzehnten für die Menschenrechte seines Volkes ein. Sein Vater und seine Mutter, 78 und 90 Jahre, sind ebenfalls in den Lagern gestorben. Er hatte das letzte Mal vor über 25 Jahren Kontakt mit ihnen, bevor er China verlassen musste aufgrund seines Aktivismus. Und es ist mir wichtig, diese einzelnen Leute vorzustellen und ein bisschen über sie zu erzählen, weil man anhand ihrer Geschichten noch mal fassbarer, konkreter sich vor Augen führen kann, was es bedeutet, in diesem Moment, im Jahr 2022, in diesem Olympiastaat Uigurin zu sein oder Uigure. Ich wage zu prophezeien, dass Thomas Bach ab dem frühen Morgen des 21. Februar 2022, also dem Tag nach der Abschlusszeremonie, sagen wird, wir haben neue Vergabekriterien. In Zukunft wird es total um Menschenrechte gehen. Es gab nämlich vor ein paar Jahren eine Änderung der IOC-Statuten und ab den Spielen in Paris, den Sommerspielen 2024, gelten verschärfte Menschenrechtsstandards. Das heißt, ich möchte, ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas Bach und seine PR-BeraterInnen sagen werden, wir haben jetzt ein bisschen daraus gelernt. Nein, das wird jetzt anders. Aber wie gesagt, es kommt in diesem Moment darauf an, dass man das, was jetzt in diesem Moment in China passiert, kritisiert und nicht einfach abwartet, bis diese dann doch sehr unangenehmen Spiele endlich vorbei sind. Was hat denn die chinesische Regierung seit 2008 gemacht? Also vor den Spielen 2008 hat sie noch angekündigt, ja, das wird uns helfen bei der Verbesserung der Menschenrechte. Wir sind ein Entwicklungsland. Und was macht sie heute? Sie setzt sich international seit ein paar Jahren dafür ein, auch auf Ebene der Vereinten Nationen, dass die Menschenrechte umdefiniert werden. Es soll nur das Recht auf Entwicklung geben. Es soll, Menschenrecht ist etwas, was zwischen Staaten ausgehandelt wird. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 2013 hat China noch gesagt, die Menschenrechte sind universell. 2018 hat die chinesische Regierung gesagt, da war sie in Genf, anlässlich des sogenannten UPR, also Universal Period Review, eine vierjährige, alle vier Jahre stattfindende Untersuchung der Menschenrechtssituation im jeweiligen Staat. Da war sie mit einer großen Delegation, hat auch eine große Ausstellung in Genf bei dem Menschenrechtsrat organisiert, wo man sehen konnte mit tollen Bildern, was sich alles für UyghurInnen und KasachInnen und TibeterInnen und MongolInnen und normale HandchinesInnen getan hat. Obwohl wir natürlich wussten, dass da schon die Lage sehr schlimm war. Und seitdem sagt sie halt, spätestens seit 2018, aber auch schon davor, in den Jahren davor, nee, nee, Menschenrechte sind nicht universell, sondern sie müssen in Gegebenheiten des jeweiligen Landes angepasst sein. Sie müssen auch zu dem politischen System passen. Also die Rhetorik der chinesischen Regierung hat sich weiterentwickelt. Weiterentwickelt in negativer Weise. Und so wird jetzt versucht, auch eine andere Definition von Demokratie sogar mittels einer sehr offensiven Propagandapolitik zu vertreten. Demokratie heißt nicht automatisch, dass es ein Mehrparteien-System gibt, in dem es regelmäßig Wahlen geben müsste. Nein, nein, Demokratie könnte man noch anders verstehen. Und China sei auf jeden Fall eine Demokratie. Das ist immer ein guter Indikator. Wenn ein Staat das Wort demokratisch oder Demokratie in seinem Titel hat, dann gibt es gute Hinweise darauf, dass sich um eine Diktatur handelt. Jedenfalls in einigen Beispielen. Im Falle von der Volksrepublik China auf jeden Fall. Also die chinesische Regierung hat ihre Außenpolitik gewandelt. Sie stellt sich nicht mehr da als Entwicklungsland, das sich entwickeln müsste, sondern als selbstbewusste Nation, das anderen Nationen und anderen Teilen der Erde einiges zeigen kann. Auch hinsichtlich der, wie man mit der Bevölkerung umgeht und wie man gemeinsam Harmonie erreicht und wie man gemeinsam Solidarität schafft. Und es zählt letztendlich nur noch das Recht auf Entwicklung und individuelle Rechte zählen nicht mehr. Und das ist wirklich eine Änderung, da kann man die, das ist wirklich eine drastische Veränderung auch in der Rhetorik, nicht im Verhalten, aber in der Rhetorik der chinesischen Regierung. Und zeigt dieses neue Selbstbewusstsein eines zunehmend aggressiven oder chauvinistischen, könnte man auch sagen, Staates, wenn man sich anschaut, wie er mit seinen Minderheiten, Nationalitäten umgeht. Ja, kommen wir noch mal ganz kurz zum IOC und seiner Pressepolitik. Hier seht ihr einen Tweet, der wurde vor, ich glaube es war Ende 2021 getweetet. Hier ist das Poster für Garmisch-Partenkirchen, das waren ja die Olympischen Winterspiele 1936. Mögt ihr es? Und dann haben sie erklärt, in welchem Stil das designt wurde. Was man natürlich auch sieht, ist, dass der Sportler angedeutet einen Hitlergruß zeigt. Und der Künstler, der das Poster designt hat, war auch ein Nazi. Und es ist schon häufiger vorgekommen, dass dann das IOC sozusagen auch auf diese Spiele 1936 zurückblickt und versucht so einige gute Beispiele zu finden. Aber die eigene Rolle in diesem Propagandaspiel, damals schon, wird gerne verschwiegen. Es wird auch gerne verschwiegen, dass zum Zeitpunkt, als diese Olympischen Sommerspiele in Berlin 1936 stattgefunden haben, das Konzentrationslager Sachsenhausen ganz in der Nähe von Berlin gebaut wurde. Aber das ist alles Sache, die das Internationale Olympische Komitee, das ja immer gerne zwischen Sport und Politik trennen möchte, gerne auslässt. Auf jeden Fall eine weitere Peinlichkeit. Es gibt, glaube ich, viele JournalistInnen, die sehr kritisch gegenüber dem IOC eingestellt sind. Aber wie gesagt, für mich zählt auf jeden Fall, wie ARD und ZDF ihre als öffentlich-rechtliche Sender, die auch bestimmte Werte verteidigen oder, ja, verteidigen sollten, wie die bei ihrer Berichterstattung in den nächsten Wochen damit umgehen. Es gab jetzt schon sehr gute Dokumentationen. Im nächsten Tag gibt es nochmal eine tolle ARD-Dokumentation, auch zum Thema UigurInnen und politische Olympische Winterspiele irgendwie. Aber was ist dann, wenn wirklich Millionen oder Milliarden vor den Fernsehsesseln sitzen? Was wird dann gezeigt? Ja, zum Abschluss. Ich habe wahrscheinlich schon zu lange gesprochen. SportlerInnen stehen jetzt vor der Frage, vor einer schwierigen Situation. Auf der einen Seite schweigen die Sponsoren. Auf der anderen Seite schweigt das Internationale Olympische Komitee. Wenn Thomas Bach, wie letztes Jahr in Tokio geschehen, gefragt wird, ja, wie ist denn die Situation der Uiguren im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2022? Dann unterbricht sein Sprecher und sagt, ja, das können wir gerne nach den Olympischen Sommerspielen thematisieren. Beziehungsweise können sie ja dann nochmal fragen. Aber immer, wenn das gefragt wird, übernimmt jemand anders und dann wird gesagt, wir verlassen es darauf, dass die chinesischen Gastgeber Superspiele abliefern werden. Und ich glaube, hier zweifelt auch niemand, dass es logistisch bestimmt alles sehr beeindruckend ist, aber es ist eben dieselbe Logistik oder derselbe, die Logistik eines Staates, der gleichzeitig eben Menschen in Lager sperrt, Zwangsarbeit verdonnert, Frauenzwang sterilisiert und in den letzten Jahren noch mehr gesorgt hat, dass es immer schwieriger geworden ist, sich in China für grundlegende Rechte einzusetzen. Und deswegen ist natürlich auf der einen Seite die Hoffnung groß, dass sich das wiederholt, was wir 1968 hier sehen, nämlich dass zwei afroamerikanische Sprinter nach dem 200-Meter-Finale die Einsagen Black Power Gruß in die Luft heben mit Handschuhen. Ich habe es heute nochmal gelesen, die sind auch ohne Schuhe auf das Podium gegangen, sondern nur mit schwarzen Socken und einer der beiden, John Carlos, meinte Jahrzehnte später noch, es ging nicht um Black Power, es ging darum, zu symbolisieren den Rassismus in den USA, die Armut vieler AfroamerikanerInnen und der schwarze Handschuh soll den schwarzen Stolz oder den Stolz der afroamerikanischen Bevölkerung symbolisieren. 1968, das ist ein Bild, das die Älteren von euch bestimmt schon häufig gesehen haben und man kann auf der einen Seite nur hoffen, dass es auch wieder, irgendwann wieder AthletInnen gibt, die sagen, ich bin hier in einer Diktatur, es ist eine schwierige Situation, alle schweigen, ich setze jetzt ein Zeichen. Aber vor ein paar Tagen hat die chinesische Regierung angedeutet, dass die AthletInnen besser nicht protestieren sollten. Man sollte sich dem olympischen Geist, Komma und natürlich auch den chinesischen Gesetzen unterordnen. Das war keine sehr spezifische Ansage, sondern etwas diffus, weil man, als Diktatur hat natürlich die chinesische Regierung eine große Möglichkeit, auch die eigenen Gesetze ganz kreativ anzuwenden irgendwie. Aber für die SportlerInnen, die jetzt dort sind und von denen sich auch bestimmt viele unwohl fühlen, ist es schwierig. Was sollen sie jetzt machen? Deswegen ist unsere Bitte oder unser Flehen oder unsere Aufforderung an zum Beispiel den Deutschen Olympischen Sportbund, ihr müsst eine Stellungnahme verfassen. Ihr müsst sagen, dass ihr Lager ablehnt, dass die Menschenrechtssituation in China sich verschlechtert hat, dass es so nicht weitergehen kann. Natürlich müssten auch die Sponsoren was tun und ich glaube, die Sponsoren, die haben ja mehrjährige Verträge mit dem Internationalen Olympischen Komitee, die werden das aussitzen, bis wir als KonsumentInnen endlich dem einen Riegel vorschieben. Ihr kennt ja das Beispiel aus den USA. Colin Kaepernick, der US-amerikanische Footballspieler kniet und protestiert gegen den systemischen Rassismus in den USA und er wurde, hat daraufhin einen Vertrag mit dem Sponsor Nike bekommen. Also es gibt Beispiele dafür, dass auch Sponsoren, auch Unternehmen eine Kalkulation machen. Ich würde sagen, es ist eine Kalkulation und auch zum Schluss kommen, es kann sich lohnen, selber Symbol für den gesellschaftlichen Fortschritt zu sein oder sich mit solchen SportlerInnen zu verbünden. Jetzt ist wirklich zu hoffen, dass sich das auch bei den Olympischen Spielen, dass es da irgendjemanden gibt, der protestiert, obwohl er oder sie nicht weiß, was ihm danach blüht. Also ein Riesenproblem ist das Schweigen. Das IOC hat eine lange Geschichte des Schweigens und jetzt habe ich schon viel zu lang gesprochen und freue mich auf den Austausch mit euch und Alicia. Ja, danke. Und danke auch für die Perspektive von jemandem, der tatsächlich also im Bereich Menschenrechte auch aktiv ist, für den Blick auf das IOC insbesondere. Ich würde, also mir ist auch nochmal aufgefallen, zum Thema Propaganda, um jetzt nochmal in die Richtung zu gehen. Damals bei 2008 gab es ja diesen Spruch so One World, One Dream und diese Dream-Geschichte setzt sich ja heute weiter fort. Also ich wollte da mal kurz was vorlesen, weil ich finde das schon recht eklatant, wie das teilweise medial auch dargestellt wird. Und also zum Beispiel, das ist jetzt aber nur was, was ich auf der Seite der chinesischen Botschaft auf den Philippinen gefunden habe. Also dieses Come and Dream, come true. Ja, also das impliziert halt wieder so, ja, das ist der Traum natürlich von allen, auch der chinesische Traum. Also das ist ja so dieses Thema von Xi Jinping auch, ist ja nicht nur der Traum der Chinesen, sondern eigentlich ist es ja der Traum der ganzen Welt sozusagen. Und ja, auch nochmal so ein zweiter Slogan, der von Xi ja immer ganz gerne angeführt wird und der natürlich auch im Kontext von Olympia und Propaganda auch zum Tragen kommt, ist natürlich dieses Shared Future for Mankind, ja, was sich natürlich eben so schön anhört und Friendship of People of all Countries, ja, und solche Sachen. Und damit möchte man natürlich auch nochmal symbolisieren, ja, die Olympischen Spiele in China, aber eigentlich für die ganze Welt nicht und ein Traum auch für die ganze Welt. Und selbst 2008 hat man sich ja damals schon gefragt, naja, ist das jetzt wirklich, sind die jetzt alle mit inbegriffen oder nicht? Und man hat ja schon in China damals gesehen, naja, jetzt die Petitioners, die du ja vorgestellt hast, die beiden alten Damen, das ist schon mal die, das ist schon mal die eine Gruppe, die definitiv nicht von den Olympischen Spielen profitiert hat und der Propaganda. Und die anderen sind zum Beispiel die Migranten, also die China-internen Migranten, die natürlich immens beim Aufbau der ganzen Infrastruktur geholfen haben, damals 2008, wie auch heute mit Sicherheit wieder. Ja, bei denen wird das auch nicht ankommen. Und insofern ist halt immer die Frage, ja, von welcher Common Prosperity und von welcher Shared Future of Mankind und so weiter spricht man da eigentlich in China. Ja, ich habe nochmal ein paar Fragen für dich, wobei einige waren auch schon fast so ein bisschen, ja, beantwortet worden während eines Vortrags. Ach so, genau, und doch ein, ich hatte, ich hatte letztes Mal was von Jimmy Lai gelesen, für die Leute, denen Jimmy Lai kein Begriff ist. Der hatte in Hongkong, ja, ein wichtiges Magazin und Apple Daily nannte sich das und es herrschte ja bis vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr in Hongkong ja noch die normale, übliche Meinungsfreiheit, kann man so sagen, bis dann, ja, dass die chinesische Regierung in gewisser Weise übergriffig wurde mit der Hongkong-Security-Law und so weiter und die Meinungsfreiheit jetzt ja mittlerweile in Hongkong massiv eingeschränkt ist und Jimmy Lai wurde auch vor kurzem verhaftet. Aber das Interessante ist, damals 2008, wenn man sich noch Bücher dazu anschaut, die Leute waren wirklich, ja, die haben wirklich gedacht, das wird sich was ändern, ja, und auch selbst er schreibt, ja, also, aber ich habe ja trotzdem irgendwie die Zuversicht, das, ne, das wird irgendwie ein Katalysator oder es wird sich was ändern und so weiter und auch teilweise, ich hatte noch ein Statement von jemand anderem gelesen, der damals sogar beim Tiananmen, also beim Platz des himmlischen Friedens, bei dieser, man kann es Massaker nennen, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass damals ja 1989 diese Studentenbewegung, ja, militärisch und auch gewaltvoll niedergeschlagen wurde und auch dort, selbst von diesen Leuten haben sich damals Leute positiv geäußert, haben sie gedacht, so, ja, das, ne, da wird sich was ändern, ne, und heute, 14 Jahre später, müssen wir uns halt wirklich fragen, ähm, was hat, was hat sich so geändert, was mich auch zu meiner ersten Frage irgendwie bringt, wobei es, es gab schon erste Anklänge eigentlich in, in deinem Vortrag, also, inwieweit hat sich eigentlich so diese Menschenrechtsfrage in China verbessert oder auch verschlechert oder im Allgemeinen einfach nur verändert, also, was für Menschenrechtsthemen siehst du heute im Fokus und welche waren damals 2008, ähm, eher so im Fokus? 2008, also, ich habe mal gelesen, dass 2002 bis 2008 so eine Phase der großen Hoffnung war, was die Verbesserung der Menschenrechtslage angeht. Ähm, es gab zum Beispiel, ein kleines Beispiel, ein Magazin, das heißt, das hieß, ähm, Yanhoang Chun-Chou, das, das bezogs war ein historisches Magazin oder ein Megamagazin, das hat sich zur Aufgabe gemacht, die chinesische, die jüngere chinesische Geschichte zu beleuchten, aus der Sicht von Kadern der kommunistischen Partei, also alteren, älteren Herren vor allen Dingen, ähm, die sanft, ganz sanft und bestimmte sensitive Bereiche aussparend, bestimmte Themen versucht haben zu thematisieren. Also, natürlich gibt es auch innerhalb einer Diktatur Kräfte, die eher moderat sind. Die haben meistens wenig Einfluss, aber es gibt sie. Und dieses Magazin war für viele Leute so, so ein Anzeichen dafür, dass ja vielleicht sich China so ein bisschen öffnet. Und die haben dann aber immer mehr mit Restriktionen zu kämpfen gehabt, obwohl die nie eine große Auflage hatten. Und 2016 wurde es eingestellt. Obwohl das Leute waren, die genau wussten, wir können nicht über den großen Sprung nach vorn wahrscheinlich berichten. Wir können nicht über die innerparteilichen Kämpfe der kommunistischen Partei in der Mao-Zeit berichten. Die wussten schon, wie man sozusagen diese feine Linie, wie man die schreitet. Und trotzdem wurden sie zugemacht. Und das ist eben so das Merkmal unter Xi Jinping. Der Staat hat einfach nochmal eine viel größere Rolle im Eingriff in die persönlichen Freiheiten und Meinungsäußerungen der Menschen. Und das hat, deswegen wollte ich das unbedingt auch betonen, und der Hu Jintao, also der damaligen Führung der kommunistischen Partei, hat das schon begonnen 2008, 2009. Da gab es eben diese Charta 08. Und die kommunistische Partei muss sehr viel Angst gehabt haben, weil es natürlich auch eine große Symbolik hat und vielleicht auch auf Aufsehen erregt und die technischen Möglichkeiten der Internetzensur weniger stark ausgeprägt waren als in den Jahren darauf, wenn so jemand wie Lio Schaubor dann zu zwölf Jahren Haft verurteilt wird. Oder wenn Menschenrechtler halt präventiv Besuch von der Staatssicherheit bekommen. Das heißt, es gab so eine Phase, wo man dachte, vielleicht ändert sich was. Und diese ewige Diskussion um Wandel durch Handel, die gibt es wahrscheinlich schon seit 1340. Aber sie gab es eben stärker auch 1990 oder in den 2000ern. Und dann hat sich aber Ende der 2008, 2009 gezeigt, nein, es wird schlimmer. Und die Partei lässt sich von niemandem vorschreiben, wie sie sich verändern soll. Und deswegen habe ich unbedingt nochmal dieses Beispiel von Lio Schaubor bringen sollen, weil es so einprägsam ist, wenn da jemand da nicht nach Oslo reisen kann. Und seine Frau ist seit ein paar Jahren in Sicherheit sozusagen, aber er durfte nicht mit ihr ausreisen 2017, als bei ihm eine Krebserkrankung, die auch nicht wirklich behandelt wurde, festgestellt wurde. Also es hat sich verschlechtert. Die Lage der Nationalitäten, das wollte ich auch noch unbedingt sagen, die ich auch vorhin schon erwähnen können, hat sich seit 2013, 2014 auch insofern verändert, als dass die kommunistische Partei ihre Sicht auf ethnische religiöse Minderheiten, gerade im Bereich der MongolInnen, TibeterInnen, Uiguren, KasachInnen, also Menschen, die auch in diesen Peripherien Chinas leben, verändert hat. Und es ging nicht mehr darum, dass man sowohl die ugurische Sprache als auch Hochchinesisch lernt, Mandarin oder Putonghua, sondern dass man dann, dass es nur noch eine Nationalsprache gibt. Und die Putonghua wurde dann zur Nationalsprache erklärt, was man lange vorher in Taiwan gemacht hat, vielleicht auch schon, aber seit 2014 hat das, das habe ich gelesen, hat das ein amerikanischer Wissenschaftler, James Millward, der sich sehr gut in der Region auskennt, hat das thematisiert, dass seitdem es eben dieses Wort der Nationalsprache gibt und es wird eben auch nur noch oder überwiegend das Hochchinesische vermittelt. Und unter dem Deckmantel einer bilingualen Erziehung wird eben immer weniger mongolisch gelehrt, immer weniger tibetisch, immer weniger ugurisch, was natürlich auch dann in Kombination mit Zwangssterilisierung, Arbeitslagern, Familientrennung dazu führt, dass versucht wird, die nächste Generation von den Wurzeln abzutrennen. Und das ist ja ein fundamentaler Wandel auch in der Sicht der Kommunistischen Partei auf die Minderheiten oder die Nationalitäten im eigenen Land. Die hat man noch viel mehr als potenzielle Widersacher gesehen, die man mit Gewalt und eben auch mit Lagern umerziehen muss. Ja, ich finde, also mit der chinesischen Sprache, eine Goyü ist ja dann, müsste ich der Ausdruck dann sein, genau, quasi so die Nationalsprache. Man wusste schon immer so, Putonghua ist die offizielle Sprache Chinas, das haben wir auch quasi so gelernt, chinesische Sprache gelernt haben aus dem Ausland. Aber ja, dass das jetzt quasi so die einzige Sprache ist und das, ich glaube, ich hatte es jetzt bei Björn Alpermann gelesen, die chinesische Sprache ja auch als Symbol des modernen Fortschritts gesehen wird. Ja, das finde ich sogar noch eine Verschärfung des Ganzen. Also das ist nicht einfach nur, naja gut, dann können wir jetzt alle besser miteinander kommunizieren und hier wieder schön alle zusammen und happy, sondern nein, das wird ja als Symbol des Fortschritts gewährt. Und wenn man eben nicht Chinesisch kann, dann ist man rückständig in China selbst. Und das finde ich ist auch nochmal ein extremer Aspekt der ganzen Geschichte. Und ja, ich habe das damals auch mitverfolgt mit diesem, ich glaube, das war ein recht liberales Sprachwort 2016, was dann einfach dicht gemacht wurde. Exakt, genau. Weil der, der das angeführt hat, der wurde halt einfach abgesägt sozusagen, wie man das halt gerne mal macht. Ich finde, ein wichtiger Hinweis ist auch wirklich nochmal, ja, es gibt natürlich, also die chinesisch-kommunistische Partei ist kein Monolith. Also da gibt es natürlich immer unterschiedliche Fraktionen. Also man weiß auch, intern sind die sich auch nicht immer ganz grün. Aber natürlich hat man jetzt auch gesehen, und der Xi ist, ja, ich weiß gar nicht, ob Konsolidierung der richtige Ausdruck ist, aber zumindest eine dominante Positionierung seiner Fraktion sozusagen, ja, die natürlich auch dafür sorgt, dass der innerparteiliche Diskurs, ja, glaube ich, immer weiter in den Hintergrund tritt. Und das ist natürlich auch fatal, weil wenn solche Stimmen nicht gehört werden, dann kann es natürlich auch sein, dass es zu einem gewissen Realitätsverlust dann einfach auch kommt. Und der ist jetzt auch nicht unbedingt auszuschließen über die nächsten Jahre. Aber genau, also die Menschenrechtssituation hat sich quasi nicht verbessert. Die hat sich einfach nur, ja, die hat sich verschlechtert eigentlich, weil wir jetzt ja auch quasi von systematischen Menschenrechtsverletzungen im chinesischen Kontext sprechen. Und sie hat sich eigentlich auch nochmal in eine andere Richtung gedreht. Aber das, was wir natürlich in Xinjiang sehen, das hatte vielleicht in Tibet eine Vorläufer, vielleicht kann uns Tenzin dazu nochmal was erzählen. Aber letzten Endes nimmt das natürlich dann nochmal einen ganz anderen Grad an, finde ich einfach. Mal eine Frage zu den Medien, jetzt so Medienberichterstattung. Hast du das Gefühl irgendwie, jetzt im Vergleich zu damals, dass die negative Berichterstattung in Bezug auf China jetzt bei den olympischen Spielen stärker ist als damals? Oder findest du sie vielleicht eher sogar schwächer und nicht ausdrucksstark genug? Oder wie wäre jetzt deine Einschätzung bei den westlichen Medien? Ja, also ich habe noch nie Studien dazu gelesen, sondern kann mich nur so dunkel an 2008 erinnern. Und wie ich mich richtig erinnere, war 2008 die Neugier auf dieses Land China sehr groß. Und bei allen Medien durchaus der Wille da, denen zuzugestehen, dass sie sich entwickeln, was ja auch die Rhetorik der chinesischen Regierung damals noch war, dass man eben auch die Spiele nutzen wolle, um sich weiterzuentwickeln, auch in Sachen Menschenrechte. Aber ich glaube, viele Medien haben dann ernüchtert zur Kenntnis nehmen müssen, dass eben die Pressefreiheit doch nicht gewährleistet war in vollem Umfang 2008. Also zum Beispiel die Berichterstattung aus Tibet bei den Unruhen im März 2008 nicht wirklich gewährleistet war oder JournalistInnen belästigt wurden. Und es gab damals auch im Vorfeld schon Diskussionen, ja, können diese Spiele zu einer Verbesserung beitragen? Damals hat man immer noch über das Beispiel Südkorea diskutiert. 1988 haben die Olympischen Sommerspiele in Südkorea stattgefunden, in Seoul. Und die waren ja noch sieben Jahre vorher vergeben worden nach Südkorea, als es noch eine Militärdiktatur war. Und es wurde ja häufiger gesagt, dass 1987, 1988 die Aussicht auf die Austragung dieser Spiele und die damit verbundene, dieser Fokus der Weltöffentlichkeit auf die Situation in dem Land dazu beigetragen hat, dass es eben zu dieser Liberalisierung gekommen ist. Das ist natürlich verbunden mit der starken Studentenbewegung auch in dem Land, sodass man 2008 immerhin, wenn man das jetzt im Nachhinein so wohlwollend betrachten möchte, immer noch denken konnte, ja, es kann nützen, möglicherweise in einiger Hinsicht, weil jetzt gibt es ja auch viel Aufmerksamkeit. Und das IOC hat auch mal gesagt, ja, es wird jetzt mehr Aufmerksamkeit geben für die Menschenrechtslage. Und Sie als Nichtregierungsorganisation können jetzt ganz viel berichten. Und natürlich wird jetzt auch in diesen Wochen relativ viel über China berichtet. Aber in den Medien, so wie ich das wahrnehme, genauso ernüchtert wie in der Gesamtbevölkerung, jedenfalls dem Teil, der sich für China oder die Volksrepublik interessiert. Und die chinesische Regierung oder die Sicht auf die Volksrepublik China ist ja in den letzten Jahren, wenn man den Meinungsumfragen glauben darf, auch aufgrund der Menschenrechtslage ziemlich in den Keller gegangen. Man hat China vielleicht teilweise von einiger Seiten als Gegenmodell zu der anderen Weltmacht, den USA gesehen irgendwie. Aber wenn es jetzt um die Frage der Menschenrechte geht, der politischen, der bürgerlichen Rechte, dann sind die Medien da aus meiner Sicht auf gar keinen Fall in ihrer Mehrzahl unkritisch. Also als zum Beispiel vor ein paar Wochen ein tibetischer Dissident, der jahrelang chinesischer Haft war, in Berlin war, da wird Tensin Züchbauer bestimmt auch was erzählen dazu. Da haben relativ viele Medien über ihn und das, was er damals gemacht hat und der Nichtigkeit, wegen der er damals verurteilt wurde, zur Haft, berichtet. Das Problem ist eben, das hatte ich ja schon gesagt, dass wenn die Spiele losgegangen sind und es dann um spektakuläre Spiele, Bilder, toll vom IOC und NBC produzierte Bilder gibt von irgendwelchen Slalomläufen oder dem Weitspringen, dann ist das, was in Erinnerung bleibt. Und auch die Frage, ob jetzt einige Staaten ihre DiplomatInnen nicht zu der Eröffnungsfeier schicken, sie ist nicht total unbedeutend, aber sie wird im Nachhinein auch nicht viele Leute interessieren, weil es nicht das ist, was man von den Spielen behält. Wenn man an Mexiko 68 denkt, dann denkt man an John Smith und Tommy Carlos. Und ja, also auf der einen Seite, es gibt kritische Dokumentationen, auch in diesen Tagen, in ein paar Tagen ARD, das ist bestimmt eine sehr interessante Sache, sogar in Primetime 2015. In den letzten Tagen hat der NDR berichtet über die Verstricherung des Internationalen Olympischen Komitees mit der Samaran Stiftung, aber eben auch mit chinesischen Ausrüstern, die ihre Baumwolle aus Xinjiang beziehen, obwohl dort eben dieser Völkermord geschieht. Das heißt, es ist so ein bisschen der Frage der Gewichtung. Es gibt ganz viele kritische JournalistInnen, habe ich den Eindruck, die auch wirklich den Skalp von Thomas Bach wollen, wenn ich das mal so platt sagen darf. Die das, was er macht, seit Jahren sehr kritisch begleiten. Aber das sind nicht diejenigen, die ein Millionenpublikum erreichen. Und das zählt. Und deswegen ist halt wichtig, was dann im Fernsehen läuft, in dem Moment, wo nicht mehr die Dokumentationen laufen über das Land, sondern die Berichterstattung von vor Ort und hier aus Deutschland. Also die Medien waren damals nicht unkritisch. Sie sind auch heute nicht unkritisch. Aber es ist eben, wenn dann 16 Stunden lang nur Slalomlaufen gezeigt wird und jubelnde AthletInnen, denen kann man das ja auch gar nicht verdenken, dann ist eben die Gewichtung so, dass letztendlich doch hängen bleibt, ach, das war ja toll, als der Deutsche den Österreicher um zwei Sekunden oder um zwei Hundertstel abge... Also das ist eine Frage der Wahrnehmung. Und wenn man dann erdrückt wird von Bildern, die gut produziert sind, dann ist das die Sache, die hängen bleibt und eben nicht der Bericht über Zwangsarbeit in Xinjiang. Das wäre so mein, als Nicht-Medienwissenschaftler und jemand, der das sozusagen nicht wissenschaftlich, sondern aus dieser aktivistischen Sicht betrachtet, so meine Einschätzung. Ja, danke dafür. Ich hatte gerade noch irgendwie einen Gedanken, aber der ist mir schon wieder entsprichtet. Ach genau, ja, also ich meine, ich glaube, ein weiteres Problem jetzt bei der Berichterstattung westlicher Medien zu diesen Olympischen Spielen ist ja auch Grund, grundsätzlich, dass sich die Einreise unter den Covid-Bedingungen einfach so massiv erschwert hat. Also ich meine, die Visa-Vergabe damals, das habe ich ja auch noch mitbekommen, weil ich ja damals auch 2008 in China für Journalisten und so weiter war schon verschärft, obwohl man ja, wie du gesagt hast, auch vorher sagte, ja, man lässt dann mehr Journalisten ins Land. Das ist auch passiert. Nichtsdestotrotz gab es dann auch, nachdem dann, ich glaube, die ersten Vorfälle in Tibet waren, gab es dann wieder eine Verschärfung der Bewegungsfreiheit von Journalisten und der Visa-Vergabe. Aber jetzt sind die Karten ja noch mal ganz anders aufgestellt, weil unter Chinas Zero-Covid-Strategy ist das halt allgemein schon schwierig, überhaupt ins Land reinzukommen. Und von dem, was ich gelesen hatte, war das wohl auch eine Befürchtung vieler Athleten, zumindest wurde das auch schon in der Sportschau so geäußert, dass dadurch, dass China andere Grenzwerte hat bei der Feststellung von einer Covid-Infektion, dass da auch die Gefahr besteht, dass Leute halt viel schneller quasi ausgemustert werden aufgrund dieses, ja, anderen Werts, den China da festgelegt hat. Wobei ich jetzt auch kürzlich gesehen habe, also da hat man wohl doch entsprechend Druck ausgeübt und China wurde dazu veranlasst, also die Regierung den Wert doch von diesem CT40-Wert irgendwie ein bisschen abzusenken, sodass der einem internationalen Standard entspricht. Aber ja, das war definitiv eine Befürchtung, die auch seitens der Sportlage äußert wurde. Ähm, nochmal zum diplomatischen Boykott, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten, ja, ob das jetzt was bringt oder nicht. Ähm, ich fand, die Niederlande haben das ja recht geschickt gelöst, weil die eigentlich nicht von einem diplomatischen Boykott gesprochen haben, sondern einfach gesagt haben, naja, unsere Politiker schicken wir jetzt unter den jetzigen Covid-Bedingungen nicht nach China, weil das einfach zu aufwendig ist mit der ganzen Quarantäne und so weiter. Ich finde, da haben die sich so relativ geschickt dem Ganzen entzogen und trotzdem niemanden rübergeschickt. Ähm, ja, ich komme mal zu meiner letzten Frage und dann machen wir das fürs Publikum auf. Ähm, genau das, ähm, was ich mich gefragt habe, aber ich weiß ja nicht, ob du es irgendwie beurteilen kannst, ist halt, ähm, ja, ob du das Gefühl hast, und du hast ja auch davon gesprochen, dass die Sponsoren ja natürlich längerfristige Verträge haben, wenn wir uns die, die Top-Sponsoren anschauen, ähm, ich glaube, das haben wir auch schon letzte Woche aus dem Publikum gehört oder von irgendwem, diese Top-Sponsoren, die sind ja Jahre, ne, sind seit Jahren, Jahrzehnten sind die dann irgendwie, ähm, immer die, die Top-Sponsoren eben, ähm, dieses Events, ähm, hast du das Gefühl irgendwie, die haben jetzt mehr Sensibilität entwickelt in Bezug auf eine Menschenrechtsfrage? Ist da irgendwas zu dir durchgesickert oder hast du das Gefühl, denen geht das eigentlich, denen geht das sonst wo vorbei, heute eigentlich mehr als damals 2008? Also, ähm, wir hatten ja dieses Gespräch organisiert mit anderen Organisationen zwischen dieser Usbekin, Frau Siddig, und auch einem Mönch, Kulok Jigme, ähm, und, ähm, so wie ich das dann geschildert bekommen habe, ist es nicht so, dass die einzelnen MitarbeiterInnen, zum Beispiel das Allianz-Konzern, dass denen das egal ist, wenn die das hören. Auf einer menschlichen Ebene sind sie betroffen. Vielleicht ist sogar Thomas Bach auf einer menschlichen Ebene betroffen, aber es zählt letztendlich das Handeln des Konzerns oder der Institutionen, für die man eben diese Rolle ausführt. Und, das heißt, individuell kann es sein, dass man so durchaus berührt ist, aber es zählt natürlich nicht nur für die Uiguren und KasachInnen, sondern für die Welt, es zählt einfach nur, äußert sich dieser Konzern oder nicht? Und solange sich da nichts ändert, ist es letztendlich individuell nicht, aber generell egal, ob einzelne Personen berührt sind. Es wird bei den Sponsoren erst ankommen, wenn sich die Konsumenten auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und also dieses Beispiel Colin Kaepernick, wo sich dann der Nike-Konzern entschlossen hat, wir gehen diese Kampagne jetzt voll mit und wir sind quasi die Repräsentanten von Freiheit und Fortschritt. Und das sind eben auch dieselben, dieselben, dieselbe Art von Unternehmen, sagen wir mal so, die in anderen Fragen halt total ruhig bleiben. Also es gibt ja auch Athletinnen und Athleten aus der amerikanischen Basketball-Liga, die, wenn es um Menschenrechte in den USA geht, sehr gute Dinge sagen. Und wenn es um China geht, dann sagt ein Manager von Houston Rockets, glaube ich, Dally Morley, Freedom for Hong Kong oder irgend sowas. Und dann sagt LeBron James, der große LeBron James, der in vieler Hinsicht ein ganz toller Typ ist, sagt, der hat auch keine Ahnung, wovon er redet. I love, so, ich liebe China und China ist ein tolles Land. Die Sponsoren, dafür die ist es wahrscheinlich, aber da kannst du ja auch was dazu sagen, eine strategische Kalkulation, die relativ wenig von einzelnen Personen in dieser Institution abhängt. Also es gab ja das Beispiel der Women's Tennis Association, die im Fall von Peng Shuai, der teilweise verschwundenen oder zeitweise verschwundenen chinesischen Tennisspielerinnen sehr eindeutig geworden sind. Und auch im Gegensatz zu Thomas Bach bis heute sagen, nee, nee, solange wir nicht genau wissen, was da passiert ist, keine Turniere in China. Aber die sind, das habe ich mal gelesen, auch eben unter anderem von Billie Jean King, eine Frauenrechtlerin, eine sehr progressive, kämpferische, sportpolitisch aktive Person gegründet worden. Das war sozusagen Teil ihrer Identität. Also, ich weiß nicht, vielleicht gebe ich die Frage einfach mal an dich zurück. Wenn du jetzt der Allianz-Konzern bist oder du würdest den Allianz-Konzern beraten, unter welchen Zwängen steht der? Ja, also ich habe mir die Allianz ja nochmal genauer angeguckt, weil es gibt eine sehr gute NGO in den Niederlanden, die nimmt quasi alle Finanzinstitutionen mal ins Blickfeld, nennt sich banktrack.org. Sehr brauchbare Website, die haben über Jahre, haben die diese Plattform mal weiter ausgebaut. Deswegen habe ich da mal kurz reingeguckt, als du die Allianz erwähnt hattest und habe mal geschaut, ob man da irgendwie sogenannte, also ein bisschen was, so ein Dreck am Stecken sonst noch sehen kann. Aber es dann darauf schließen lässt, okay, das ist grundsätzlich jetzt ein Finanzunternehmen, was, naja, jetzt nicht so nach guten Maßstäben handelt. Aber da war jetzt erstaunlicherweise wenig zu finden bei der Allianz. Also das ist jetzt nicht wie, jetzt gut, jetzt ist die Deutsche Bank natürlich auch eine Bank, aber bei der Deutschen Bank würde man eine viel längere Liste von Kontroversen quasi Kreditförder, also Kreditvergaben oder so sehen. Ja, das hat man jetzt bei der Allianz nicht. Das Thema ist halt, also wenn du halt auch davon sprichst, glaube ich, dass Konsumenten mehr Druck ausüben müssen. Ich sehe das Problem insbesondere in der Finanzbranche, weil welche kritischen Bankkunden haben wir denn in diesem Land? Ja, also gerade, ich meine, klar, Coca-Cola kann man gut boykottieren, man kann irgendwie Textilmarken gut boykottieren, weil das trifft uns als Endkonsumenten viel stärker. Und wenn wir sowas in den Nachrichten sehen, dann sind wir da auch, ja, viel interessierter und viel involvierter. Aber das mit den Banken ist halt wirklich, oder Finanzinstitutionen wie die Allianz, also Versicherungen auch, ist halt noch nicht so bei uns angekommen. Und ich glaube, wenige würden sagen so, ja, die Allianz, die hat sich jetzt nicht kritisch genug bei den Olympischen Spielen 2020. Da schließe ich aber keine Versicherung mehr ab. Also ich glaube, das ist immer noch viel zu weit entfernt für uns Konsumenten, der ganze Finanzbereich. Und ich glaube, das spielt gerade in dem Kontext eine Rolle. Und es gibt ja auch noch andere Sponsoren da irgendwie, welcher ja auch groß ist und diese ganze IT-Infrastruktur macht aus Frankreich. Ja, das sind halt alles, ja, Sponsoren, mit denen wir als Endkonsumenten dann teilweise nicht viel zu tun haben. Und ich glaube, das ist, also der Link zwischen dem Endkonsumenten und dem Unternehmen bestimmt sehr viel an Grad, was da an Druck auch ausgeübt werden kann, potenziell, wenn man geschickte Kampagnen überhaupt auf die Beine stellt. Also daran lässt sich schon mal vieles ablesen, glaube ich. Und ja, also das Thema ist, das sehen wir ja auch in der Wirtschaftsethik, das ist schon ein Cost-Benefit-Analysis. Also lohnt sich der Deal, lohnt er sich nicht? Na ja, Reputationskosten können wir vielleicht noch ein bisschen mit einrechnen. Aber im Endeffekt ist das immer eine Rechnung, die dort natürlich gemacht wird. Und die Frage ist halt echt, und das hatten wir auch mal letzte Woche angeschnitten, ja, wie ist das mit den Sponsoren jetzt in Peking 2022? Für wen der Sponsoren lohnt sich der Deal? Ich meine, klar, aus einer Langzeitperspektive denken die sich, ja, wir waren schon immer Top-Sponsoren. Wenn wir das jetzt, ne, wenn wir hier weiter am Ball bleiben, dann werden wir immer Top-Sponsoren bleiben. Und dann zahlt es sich vielleicht, wenn es sich dieses Jahr nicht auszahlt, vielleicht bei einem anderen olympischen Spiel aus. Also da könnte diese Langzeitperspektive durchaus eine Rolle spielen. Weil wenn ich mir Deal-Spiele jetzt im Speziellen angucke, muss ich mich fragen, was bringt das Sponsoring? Weil die chinesischen Konsumenten sind mittlerweile sehr stark an chinesischen Produkten interessiert. Und im Westen kann es halt nach hinten losgehen, weil man sich denkt, na ja, also jetzt haben wir da unsere Top-Nutze, also so irgendwie Firmen, die dann in China bei solchen kontroversen Spielen dann jetzt irgendwie noch Sponsoring betreiben. Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich meine, natürlich würde ich dazu gerne mal Zahlen sehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Rechnung des Sponsorings in diesem Jahr so aufgeht, wie vielleicht in vergangenen Jahren. Aber dazu müsste man mal Zahlen sehen. Also das ist jetzt im Moment nur so ein bisschen mein Eindruck, weil da doch das Risiko eines Reputationsschadens steht. Und wie gesagt, das mangelt Interesse der chinesischen Konsumenten auf der anderen Seite. Also, ja, dann würde ich doch mal sagen, machen wir die Bühne frei für Fragen aus dem Publikum. Und ich habe schon mal die ersten hier im Chat, aber sie können dann auch gerne die Hand heben und dann können wir das entsprechend anders moderieren. Frau Bonnev-Lee, die ja auch schon letzte Woche dabei war, hat, ich finde das eine sehr spannende Frage, ich weiß gar nicht, ob wir die hier beantworten können, aber, also du siehst sie ja auch im Chat, ich würde sie mal so ein bisschen zusammenfassen, wie, ja, ob Peking 22 irgendwie auch im Kontext von der Taiwan-Wiedervereinigung steht. Also ob es dazwischen vielleicht einen Link gibt und ob es überhaupt zu einer Vereinigung dieses Jahr kommen würde. Also es kann ja nur eine erzwungene Vereinigung sein, wie wir wissen, aber so Unification mit Taiwan, ob da irgendwie ein Zusammenhang zwischen den Olympischen Spielen und da mit irgendeinem Anliegen diesbezüglich in diesem Jahr stehen könnte. Ich glaube, das ist so Ihre Frage. Also meine erste Antwort kann ich voller Selbstbewusstsein sagen, das kann ich ganz schlecht einschätzen. Meine zweite Antwort wäre, ich kenne niemanden, der es einschätzen könnte. Meine dritte Antwort wäre, ich hätte 2014 auch nicht gedacht, dass drei Tage nach Abschluss der Olympischen Winterspiele in Sochi der Beginn der Annexion der Krim beginnt. Ich hätte auch gedacht, das ist doch ein mega Reputationsverlust, dann gerade noch diese Spiele stattfinden lassen, diesen komischen Luftkurort. Nicht komisch, aber eben nicht für Winterspiele geeignet. Und ein paar Tage später hat man sich vielleicht auf der Weltbühne so wieder ein bisschen ein paar Pluspunkte erarbeitet, dadurch, dass man vielleicht sympathische, gute Spiele. Und dann fängt man an, einen Teil der Ukraine, die Krim, wegzunehmen. Also es ist ja klar, die Taiwan-Frage ist seit 1949 eine der großen Fragen der chinesischen Außenpolitik. Ob China es wagt, Taiwan letztendlich anzugreifen, ich finde die auch mega spannend. Aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen, ich habe mal im Studium, ich habe Politik studiert, habe ich gelernt, hat ein Professor schmunzelnd gesagt, dass man mal einen Vergleich gemacht hat zwischen der Prognosefähigkeit eines Affen und eines Politikprofessors. Und der Affe hat nicht schlechter abgeschnitten. Und deswegen würde ich sagen, es würde mich auch total interessieren. Und wenn du da eine Meinung zu hast oder einen Standpunkt, würde es mich sehr interessieren. Aber ich kann es nicht einschätzen. Also ich kann es auch nicht einschätzen. Ich glaube, wir könnten natürlich zu dem Thema einfach eine Münze werfen. Aber mein Gefühl ist, klar, jetzt hast du das natürlich mit der Krim erwähnt, insofern ist das auch jetzt nicht als Wettangebot anzunehmen. Aber mein Gefühl ist, 2022, ich habe eher das Gefühl, dass da diese ganze Rhetorik noch eher weiter aufgeblasen wird, als das eigentlich de facto was passieren wird in diesem Jahr. Aber das ist eher so mein Eindruck in Bezug auf Taiwan. Und das hängt natürlich auch, also das glaube ich schon, es hängt einfach auch von vielen anderen Faktoren ab. Beziehungen zu den USA, wie die USA sich in Verbindung mit anderen Alliierten gegenüber China verhalten. Also das ist sozusagen nichts, was jetzt schon feststeht, sondern natürlich das, was alles passieren kann und häufig nicht passiert, darf man trotzdem nicht vergessen. Es hätte trotzdem passieren können. Das heißt, ja, es sind immer viele Faktoren, die auf die Außenpolitik oder die Entscheidung auch einer einzelnen Person oder eines Landes einwirken. Ja, genau. Und da sind halt viele Faktoren noch unbestimmt. Deswegen, also 2022, not such a safe bet, würde ich sagen. Aber ja, also für Taiwan würde ich auf jeden Fall das Beste hoffen, weil ich habe den taiwanesischen Außenminister in Prag persönlich sprechen hören. Das war jetzt im November, war der zu Besuch und ich war mit eingeladen. Und das ist einfach sehr, also es hat mich sehr betroffen gemacht, ihn direkt sprechen zu hören über die Situation. Ich glaube, das kann sich kein Mensch vorstellen, wie sich das anfühlt, auf einer Insel zu wohnen, die tagtäglich mit Aggression quasi, von außen quasi klarkommen muss. Und was das auch mit der kollektiven Psyche eines Volkes quasi macht. Zweite Frage von Frau Bonnefli. Vermuten Sie, dass Olaf Scholz nach Peking reisen wird? Zu Beginn der Spiele? Nein. Das wird er nicht machen. Es reicht, wenn er sagt, ich habe selber Corona oder Corona-bedingt und ich muss jetzt auch gerade wegen der Ukraine hier in Deutschland bleiben oder wegen unserer internen Corona-Politik. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach Peking reisen wird. Das ist auch eine Sache, die gar nicht so häufig stattfindet. Also ich habe gelesen, dass George W. Bush der erste US-Präsident war, der zur Eröffnung eines olympischen oder einer von olympischen Sommerspielen gefahren ist, 2008, um eben auch zu zeigen, China ist wichtig und China ist angekommen und wir müssen mit China klarkommen. Aber also die unterschiedlichen Positionen der Parteien kennt man auch in China-Fragen. Grüne und FDP eher kritisch. SPD eher, ja, wir müssen ja irgendwie miteinander klarkommen. Olaf Scholz ist meiner bisherigen Wahrnehmung nach auch so Anhänger der Helmut Schmidt-Gerhard-Schröder-Schule. Leider. Das heißt aber trotzdem, ich glaube, da ist seine Kosten-Nutzen-Kalkulation so, dass er sich damit ins Knie schießen würde und einen unnötigen Streit in der Koalition anzetteln würde. Das heißt, er fährt nicht. Ja, danke für die Antwort. Ja, gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum? Hände heben oder einfach was in den Chat schreiben, weil im Chat ist jetzt nichts mehr nachgekommen. Frau Alpers. Ja, grüß Gott. Gabriele Alpers aus Karlsruhe und ich bin Mitglied im Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Also es war wirklich sehr, sehr interessant. Und ich habe mich währenddessen erinnert an 2010, an dem wir ein anderes Großereignis hatten in China, eben nicht in der Dimension, aber die Weltausstellung. 2010 war in Shanghai die Weltausstellung, die Expo. Und ich war damals selber mit meinem Berufsverband, mit den Wirtschaftsingenieuren. Wir haben das besucht und viele andere Städten dann auch. Und wie ich mich erinnern kann, ist, dass zum Beispiel Coca-Cola ein Sponsor war. Und deswegen meine Frage an Sie. Haben Sie oder haben Sie sich mal überlegt oder vielleicht irgendwie gerade im Sinne von Cost-Benefit-Ratio, wie hat das Coca-Cola damals gemacht? Und könnte man da vielleicht ein bisschen auf heute oder, weil Allianz wird sich ja auch überlegt haben, wie Sie da vorgehen oder sich öffentlich positionieren sollen. Also Sie meinen spezifisch, wie hat Coca-Cola sich 2010 verhalten und was könnte man daraus lernen? Ja, genau. Aber ich... Wissen Sie, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Coca-Cola sich 2010 verhalten hat in dieser Frage. Aber ich nehme an, dass Coca-Cola, wie die meisten Sponsoren auch guckt, da ist ein Markt und wir wollen hier langfristig in den Markt als Coca-Cola irgendwie reüssieren. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir präsent sind, auch wenn es mal einen Reputationseinbruch gibt. Aber das ist jetzt meine Vermutung. Ja. Ja, gut, okay. Ich hoffe, dass... Aber ich weiß leider zu wenig auch über den Kontext. Ich kann jetzt nur so ein bisschen ableiten, wie Coca-Cola sich in anderen Fragen verhält. Und da ist es auch eher, dass Coca-Cola darauf setzt, dass das Gedächtnis kurz ist und die Marktkraft des jeweiligen zu erobernden Marktes so wichtig ist, dass man sich das nicht nehmen lassen soll. Na gut. Vielen, vielen Dank. Jetzt weiß ich auch, warum ich Frau Alpers nicht gesehen habe, weil ich hatte das Chatfenster genau über ihrer Kamera. Und ich habe in der Teilnehmerliste keine erhobene Hand gesehen. Aber das Chatfenster wird es ausgemacht. Aber ja, ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass Unternehmen da grundsätzlich auch auf andere Unternehmen ach, also gucken und sich überlegen, okay, ne, also, weil es geht ja immer so Isomorphismus und so weiter. Ich will mich ja so, ich will mich ja nicht schlechter stellen, auch als wie meine Wettbewerber und so weiter. Und ja, ich hatte noch mal ein interessantes Gespräch mit Leuten vom Asienhaus vor kurzem. Und wir haben uns noch mal zurückerinnert, wie das damals war mit den Olympischen Spielen 2008. Und dann, wie toll wir die Maskottchen fanden, die man dann auf dem Fake Market kaufen konnte und so weiter. Und das war einfach, es war echt ein ganz anderes Gefühl, also damals in Shanghai. Und dann hat man gesehen, wie die Infrastruktur mal besser wird. Ja, diese ganzen U-Bahn-Linien, die entstanden sind. Ja, früher gab es nur zwei, als ich das erste Mal dort war, 2005, musste ich irgendwie lernen, den Bus zu nehmen, den Busfahrplan auf Chinesisch zu lesen und so. Und dann sieht man, wie diese Stadt wächst und wie mehr Menschen in diese Stadt reinkommen. Und das war damals schon ein tolles Gefühl. Und dann die Expo zwei Jahre später, das war ja quasi so ein bisschen so die Fortsetzung dieses Gefühls. Und gleichzeitig aber auch immer so im Hintergrund, ja, aber da schmelt irgendwie immer noch was. Weil so Ast rein war es ja, war es ja einfach grundsätzlich nie. Aber die Euphorie damals auch auf der Expo fand ich, also ja, unglaublich lebendig einfach auch, was zu der Zeit irgendwie in China los war. Ja, und ich muss auch nochmal sagen, also ich finde das auch nochmal grundsätzlich ganz wichtig, dass wir hier auch, also nicht vergessen zu unterscheiden, wenn wir bei China sprechen, ist das meistens eine Kurzfassung der chinesischen Regierung. Wir sprechen eigentlich hier nicht über China als Volk oder als Kultur oder als Land, weil ich muss auch selbst sagen, also für mich ist das eigentlich die größte Traurigkeit schlechthin, dass, ja, dass wir ja sehen, also klar, wir sprechen immer Xinjiang und Xinjiang ist irgendwie so im Hotspot der Medien und so weiter. Aber, ne, also wie Hanno ja auch gesagt hat, chinesischen Dissidenten, ja, also Menschenrechtsanwälte, allgemein Leute, die kritisch berichten, wir konnten sie auch im Zuge von Covid-19 sehen, die werden halt einfach weggesperrt, ja, also Chinesen eben, die müssen noch nicht mal zu den Minderheiten in China gehören. Und das ist halt das, was man niemals vergessen darf einfach, dass das Themen sind, die alle Chinesen, alle Minderheiten in diesem Land betreffen. Manche sind natürlich noch stärkerer Kontrolle ausgesetzt als andere, das ist klar, aber grundsätzlich lebt ja niemand in diesem Land in Freiheit. Auch wir Ausländer leben dort nicht in Freiheit, ja. Wir können uns entscheiden, beugen wir uns der Selbstzensur oder verlassen wir dieses Land? Das ist die Frage, die man sich heute stellt, wenn man dort ist, oder die man sich leider stellen muss, weil es doch seit 2013 diesen Einschnitt einfach gibt, auch wenn Zensur zum Beispiel und Propaganda, das sind ja alles keine neuen Themen, aber die sind halt einfach noch mal stärker in den Vordergrund getreten, einfach die letzten Jahre, ja. Ich hätte noch eine Frage an Sie beide, also an dich, Alicia und Frau Alpers, aus wirtschaftsehestetischer Perspektive oder aus dem Beobachten des Verhaltens von Wirtschaftsunternehmen. Ich habe vorhin gemutmaßt, dass einzelne MitarbeiterInnen vielleicht auch durchaus sich berühren lassen von Schicksalen, aber nicht in ihrer Rolle als Allianz oder in ihrer Rolle als Coca-Cola oder so. Aber gibt es für euch und Sie Beispiele, wo tatsächlich auch zur Überraschung der eigenen Institutionen, der eigenen Organisation, des eigenen Unternehmens, Leute sich umentschieden haben, was Sponsoring oder was das Verhalten gegenüber Menschenrechtsverletzungen angeht, weil diesen Einblick in die internen, die inneren Strukturen, Abläufe, Politiken von Unternehmen, den habe ich leider nicht. Also zu Menschenrechten fällt mir jetzt konkret nichts ein, aber was ich auch noch aus meiner Forschung und Beobachtung von Banken feststellen kann, ist, dass wenn da sich der Druck von außen erhöht durch Proteste und NGO-Aktionen, es doch immer wieder in der Vergangenheit zu sehen war, dass Banken sich von gewissen Projekten zurückgezogen haben aufgrund von einem öffentlichen Druck. Also ich denke, das ist schon ein Hebel, der passiert, ob das auf bestimmte kritische Individuen in der Organisation zurückzuführen ist oder mehr auf das klassische Thema, oh, unsere Reputation gerät hier ein bisschen unter Druck und deswegen entscheidet man deutlich weiter oben, das aus Gründen von Reputationsrisiko und am Ende dann eben auch einem finanziellen Risiko nicht mehr zu verfolgen. Das lässt sich natürlich so nicht nachvollziehen. Ich glaube, dazu müsste man wirklich konsequent mal Interviews führen mit solchen Organisationen, die sich zurückgezogen haben und eruieren. Was war denn da eigentlich so der Auslöser? Also man weiß das auch so ein bisschen im Kontext von Whistleblowing, wenn Leute sich sehr kritisch verhalten in Organisationen, dann hat man entweder Glück und die Kanäle sind sehr gut und sie werden erhört und sie werden ernst genommen. Es gibt aber genauso gut Organisationen, die sowas versuchen, intern massiv zu unterdrücken und dann bleibt dieser Person eben nur noch übrig, die Organisation zu verlassen und dann drüber zu sprechen. Und das sind auch nicht, also ich meine, klar, Julian Assange ist jetzt so ein prominentes Beispiel, es geht natürlich auch darum, Militärgeheimnisse, aber es gab immer wieder Whistleblower, auch von der Citibank damals und so weiter. Und wenn man deren Geschichten anhört, dann weiß man, die hatten eine unglaublich harte Zeit, sich Gehör zu verschaffen, obwohl sie schon die Organisation verlassen hatten. Also mit der Unternehmenskultur und dem Unternehmensgeist steht und fällt die Akzeptanz von Kritischem und Denken, was jetzt nicht quasi dem Grundtenor der Organisation entspricht. Und ich sage es mal so, wenn eine Unternehmenskultur gesund ist, dann sollte das auch möglich sein, solche Themen zu adressieren, vorzubringen und dass sie auch ernst genommen werden, auf höherer Ebene. Aber wir wissen auch von Organisationen, dass das nicht überall der Fall ist, ja. Was meinen Sie, Frau Albers? Ja, ich bin gerade am überlegen. Und zwar, ich habe viele, viele Jahre mit Herrn Woller zusammen, haben wir die Seminare Unternehmensethik geleitet in der Uni Karlsruhe KIT für die Wirtschaftsingenieure. Und da bin ich gerade am überlegen, ob wir dort nicht mal irgendwelche Beispiele hatten. Aber mir fällt gerade nichts ein. Aber wie gesagt, es geht natürlich immer um die Unternehmenskultur, wie Sie es eben schon ausgeführt hat. Es ist mit eine große Frage der Unternehmenskultur. Also wie wir einfach miteinander umgehen und welche Kodizes auch herrschen. Und daher, aber ich müsste da nochmal, oder wenn der Arthur Woller es gerade parat hat, ich weiß es nicht. Er hat ja damals auch den Kodix für Personalmanager gemacht. Von daher, also ich muss noch am überlegen. Ich bin noch am überlegen. Okay. Wenn ich diese Frage mal kurz aufgreifen darf. Es gibt Unternehmen wie beispielsweise Adidas, die ein explizit Human Rights, sozusagen Beschwerdemanagement-System auch für Mitarbeitende etabliert haben oder versuchen über seit Jahren, es wirklich zu etablieren und wirksam zu machen. Es gab und gibt Unternehmen wie beispielsweise auch ABB oder auch GAP, die sehr stark auch unter dem Einfluss ihrer Mitarbeitenden schon vor rund ungefähr 15 Jahren angefangen haben, Themen wie Bribery und bei GAP, wie eben das Thema Kinderarbeit eben anzugehen und versucht haben, damit konstruktiv umzugehen. Und das stand also bei ABB, weiß ich es, in der Schweiz sehr stark auch unter dem Einfluss der Mitarbeiterschaft, die halt natürlich auch konkrete Probleme hatte, wenn sich unter einem Unternehmen so positioniert, bestimmte Menschenrechtsverletzungen oder Themen wie Bribery konstruktiv angehen zu wollen und beispielsweise definiert, dass wir bezogen auf Bribery eine Null-Toleranz-Politik führen, aber natürlich viele Mitarbeitende im Außendienst hat, deren alltäglich Business es ist, einen Container durch den Zoll zu kriegen, indem sie dem Typen am Zoll halt mal eben 50 Franken in die Hand drücken. Und sie wissen genau, wenn sie das nicht tun, wird ihre Umsatzzahl sinken und ihre Umsatzzahl ist wiederum die Zahl, die matchentscheidend ist für den Bonus, den ich am Ende des Jahres erhalte. Und verdammt, ich habe mir gerade ein neues Haus gekauft, was ich abbezahlen muss. Wie muss ich als Mitarbeiter mit diesem Konflikt umgehen? Das heißt, solche Themen wurden durchaus, auch aus eigenem Interesse heraus, in einigen Unternehmen sehr stark auch durch Mitarbeiterschaften transportiert. Am Ende des Tages hat es bei ABB natürlich auch dafür gesorgt, auf einmal war ABB immer in der Presse negativ wegen Bestechungsskandalen. Aber das ist natürlich logisch. Wenn ich anfange, mich mit dem Thema transparent auseinanderzusetzen, sorgt das halt auch dafür, ich stehe jetzt im Wochenrhythmus in der Presse. Wenn ich natürlich meine Geschäftspolitik wie im letzten Jahr fortführe, heißt das, Deckel drauf und kein Mensch kann dazu was sagen. Also das ist natürlich ein durchaus schwieriges Problem für manch ein Unternehmen und war auch schon zu zig Jahren ein großer Lernprozess, der da absolviert werden musste und wahrscheinlich immer noch absolviert wird. Spannend. Aber entschuldigen, dass ich dazu reingegrätscht bin. Nur die Frage war, wie es geht jetzt? Aber ich finde, das ist auch mal sowas, was man in der Wirtschaftstätigkeit sehr gut sieht. Also Papier ist geduldig und nur weil ein Unternehmen nach außen hin diverse Verpflichtungen, ich meine, das wissen wir ja alle da, die Verpflichtungen sind ja teilweise, da kann man sich so ganze Listen dann angucken und denkt sich so, naja gut, aber was ist dran in der Praxis? Da scheide sich dann die Spreu vom Weißen letzten Endes, weil hinschreiben kann jemand erstmal alles und wie gesagt, aufgrund von Wettbewerberdruck machen dann Leute auch eben, also gehen Firmen mehr Verpflichtungen ein, weil die natürlich diesbezüglich nicht hinterherhinken wollen oder zumindest so wahrgenommen werden möchten. Ja, wenn jetzt keine weiteren Publikumsfragen mehr sind, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ich hätte doch eine ganz kleine Sache, die ich noch anbringen will. Also jetzt auch in den nächsten Tagen, Frage, diplomatischer Boykott oder nicht. Man kann sich ja auch entscheiden, hinzufahren. Nur wenn man hinfährt, dann muss man eben auch was sagen. Und das wäre, deswegen, wenn Herr Scholz nach Peking reisen sollte, was, glaube ich, unwahrscheinlich ist, dann hätte er eben auch die Möglichkeit, auf der erweiterten Weltbühne seine Stellungnahme zur Menschenrechtslage China abzugeben. Aber ich nehme an, dass er da kein Interesse dran hat. Also es gibt viele Wege tatsächlich, um sich zu äußern. Und eben von dir am Anfang angesprochen, Silent Complicity. Man kann vielleicht nicht verhindern, dass diese Lager weiter existieren, aber man kann überlegen, wie man sich dazu stellt. Und das ist eben, könnte auch eine der Lehren, die wir aus unserer deutschen Geschichte ziehen könnten, wenn wir uns damit befassen würden. Ja, also für mich ist das auch vor dem Hintergrund der speziell deutschen Geschichte halt auch wirklich, ja, ein Thema einfach, weswegen wir hier in Deutschland insbesondere nicht wegschauen sollten. Aber ich glaube, da wird in Bezug auf die China-Beziehung zwischen Deutschland und eben der chinesischen Regierung wird Litauen, glaube ich, auch nochmal der Lackmus-Test. Also daran wird man auch sehen, inwiefern Deutschland sich zur EU klar positioniert oder eigentlich eher zu China. Also da, das bleibt auch weiterhin spannend, finde ich, die Situation dort einfach. Ja. Ja, dann. Ja, vielen Dank. Danke an Sie und euch. Vielen Dank für die Teilnahme. Nächste Woche geht es dann weiter mit unseren Regionalperspektiven. und ja, ich freue mich wieder über einen guten Austausch und entsprechende Diskussionen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ja, Arno, wir bleiben noch kurz drin. Ach so, wir bleiben drin, okay. Ja, wir bleiben noch kurz drin. Nächste Woche, Tenzin-Zürchbauer wird sehr spannend, es geht um die Allianz. Ist nächste Woche Tenzin schon dran? Ja, ach so. Okay, ich dachte erst Björn. Ich dachte, Björn würde erst kommen.